Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Wir haben zum zweiten Mal Sonntag beim Max Opelspreis. Das haben wir selten bisher gehabt. Ich werde jetzt trotzdem nicht singen. Wir sind hier beim Mob Festival Funk, beim gemeinsamen Internetfernsehen von saarländischem Rundfunk und Film Festival Max Opelspreis. Und wir sind immer noch guter Dinge, oder, Simien? Jawohl, ja. Der Cremant ist voll. Ja, seit einer Woche saufen wir hier durch. Eine gute. Das ist Ausdauer. Absolut. Ich meine, wir müssen Loders Bistro ersetzen. Du hast gesagt, das stimmt in meinem Vertrag. Also insofern... Genau reingucken, wenn man Loderschein spielt. Aber ihr habt auch wieder tolle Gäste heute, Karl. Ja, zwei Filme habe ich. Ich muss sagen, ein Film ist dabei. Der hat mir gar nicht so gut gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und da habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein. Wieso gefällt dir der Film nicht? Und dann habe ich mir den einfach nochmal angeguckt. Das ist auch gefallen. Vor allem, ich dachte, liegt es an mir oder liegt es an dem Film? Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Der wäre doch gar nicht eingeladen, wenn er nicht gut ist. Und dann ist mir aufgefallen, als ich ihn geguckt habe, ich habe ihn gar nicht richtig geguckt. Ich habe ihn halt am Laptop zu Hause so irgendwie den dritten Kurzfilm einfach weggesnackt. Und dafür ist er nicht gemacht. Es ist ein Kinofilm. Und man muss sich darauf einlassen. Und den muss man eigentlich, glaube ich, auch im Kino unbedingt sehen. Ich habe ihn dann nochmal zu Hause in aller Stille geguckt. Und was soll ich sagen, also diese Erfahrung hatte ich wirklich noch nie, jetzt auch nicht beim letzten Mal. Ich fand ihn bombastisch. Es ist ein wahnsinnig guter Film. Echt? Das ist aber ein großer Schmerz. Also ich hatte das ähnlich mit meinem Heute. Also da habe ich auch erst gedacht, ja, und dann haben hier so ein paar Kollegen gesagt, das ist doch total schön. Und dann habe ich tatsächlich nochmal gesagt, ey komm, dann gucke ich nochmal und dann sieht man nochmal ganz andere Sachen. Stimmt. Es ist irrsinnig gut. Also Overheim, ja, wirklich bombastisch. Es ist ein klassischer Kinofilm, der wirklich alle Sinne im Kino, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ich stelle es mir als ein unglaublich gutes Erlebnis vor, weil er unglaublich, also sowohl die, wie sagt man, optischen Sinne als auch die akustischen, also sicherlich ein ganz großes Erlebnis. Und ich bin sehr neugierig auf das Filmteam, das aber erst später am Abend meines Wissens nach hier eintreffen wird, um über diesen Film Overheim zu sprechen. Vorher, und Sie sind auch schon da, freue ich mich auch sehr drauf, das Team von Ghost Island, Spielfilm, hier im Wettbewerb, brauche ich noch gar nicht so viel zu verraten, weil wir reden eh gleich drüber. Super. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, auf beide Filme. Simin, du bist auch nicht alleine heute. Nee, ich habe einen Dokumentarfilm, der, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen exzentrischer ist teilweise, weil komplett auf bulgarisch, aber ich mag den unheimlich gern. Der heißt Mayor Shepard Widow Dragon und ich habe, also ich habe mich in die Figuren da verliebt. Also die Leute, die wir da kennenlernen, sind ja reale Persönlichkeiten. Ich habe ganz viele Fragen und freue mich sehr, die alle gleich loszuschießen. Und dann noch einen Kurzfilm, nicht nur Körper heißt der. Und da bin ich auch sehr gespannt. Auch sehr viele Fragen will ich noch gar nicht so viel verraten. Cool. Sonja, und bei dir? Wie gesagt, ich war, das war auch so ein Sperzünder, der Film, wenn in einer Winternacht zwei Reisende. Oh, den habe ich aus Versehen geguckt. Und Genossen hoffe ich. Ich habe zu Ende geguckt. Ja, also der Filmtitel ist nicht zu Ende erzählt. Warum, könnte man ja auch mal fragen. Sind da drei Punkte? Nee, es ist einfach nur so. Es hört einfach nur so auf. Ja, und den hast du heute? Den habe ich heute und der ist so ganz magisch und ein kleines Märchen und auch mit einem kleinen Mädchen. Also, joa, also ich verrate jetzt einfach nicht mehr. Und wir werden uns heute auch mal die Bälle zuwerfen. Ich hörte davon. Wir werden heute mehr über Sonja Marx erfahren. Ja, endlich. Endlich geht es weiter. Karl Holzhofen war schon dran, aber jetzt machen wir die Runde mal voll voll weiter. Genau, und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ebenso habe ich tatsächlich heute mal wieder einen der nominierten Schauspieler, den Aram Tarafreshian von dem mittellangen Film Spit. Ein ganz toller Typ, der auch schon am Theater sehr erfolgreich ist. Sogar schon Dozent an der Schauspielschule, muss man sich mal vorstellen, in jungen Jahren. Und der wird zugeschaltet sein. Das wird ganz cool. Das wird auch ein toller Film. Ja, absolut. Da ist auch noch die Hauptdarstellerin nominiert. Die kommt dann morgen. Und ja, noch jemand von euch quasi, der Oliver Hottong, wird zugeschaltet sein. Der Arme ist ja Projektleiter dieser Medienkooperation, hat aber seinen zweiten Impfdurchbruch und kann nur von zu Hause. Da werden wir ein bisschen drüber reden natürlich, ob er jetzt weinend zu Hause sitzt oder wie auch immer. Er hat auch alle Filme nochmal geguckt. Wahrscheinlich, ja. Einfach alle der letzten Jahrzehnte. Und er guckt quasi in Dauerschleife Festivalfunk, hat er mir schon gesagt. Was soll er uns machen? Es ist die beste Beschäftigung am Abend. Und ich sage schon mal, wir heben das Glas auf den heutigen Sonntag und ich gehe schon mal rüber. Ja, mach das. An unseren beiden Chefs. Ich sage es immer wieder gerne. Es ist Wendia Böttger, Oliver Baumgarten. Schön, dass ihr da seid. Hello. Auch ihr habt den Cremant. Wir machen wie immer das übliche Stößchen. Sonntag, Tag 8. So langsam merkt man auch die neue Länge des Festivals. Yes. Die neue Länge des Festivals. Aber wir lassen es krachen heute. Also der Sekt. Ich hoffe, das geht. Das ist alles gut Holz und das Studio ist fit. Ja, aber wie lassen wir es denn krachen heute? Und mit dem Überraschungshint, wie zerstöre ich ein Glas in drei Sekunden? Spektakulär. Ja, wir haben einfach wieder einen tollen Tag und merken einfach, es ist auf jeden Fall interessant, dass es jetzt so lang geht natürlich, dass wir elf Tage insgesamt haben und zehn Tage Kino-Festival. Aber es ist irgendwie auch total schön, weil eben es kommen immer wieder Filmschaffende an und wir können sie alle kennenlernen nacheinander. Sie können sich kennenlernen. Sie gehen auch ganz begeistert ins Kino und gucken sich ihre Kolleginnen an. Das freut uns wirklich sehr. Cool. Und ja, Tag acht, merkt man es auch konditionell? Ja, klar. Also das ist, natürlich gehört das mit dazu, dass man jeden Tag, wollen wir ja irgendwie überall dabei sein und wollen alles mitmachen. Und natürlich, das wird auch langsam dann so, dass man ein bisschen mehr Kraft aufwenden muss. Aber in der Tat, was Sven ja sagt, ist halt wirklich besonders an dieser Ausgabe, dass es eben die Möglichkeit gibt, einfach jeden Tag die Leute auch, die kommen, zu treffen und kennenzulernen. Das ist halt super. Und sonst in den letzten Jahren sind uns oft so viele Leute durchgerutscht, die hier waren und die wir dann nicht gesehen haben und nicht getroffen haben, weil einfach so viel parallel ist. Deswegen ist das ziemlich cool. Ja, ich würde schon sagen, wir genießen das auch, weil wirklich auch so toll ist, welche Gespräche sich halt auch untereinander ergeben. Worüber redet man auch bei unseren Arte Industry Lunches am Mittag, haben wir jeden Tag eigentlich ein anderes Thema. Und es ist halt total schön, wie Sie sich auch gegenseitig vorstellen, wie es irgendwie darum geht. Heute hatten wir auch wieder ein ganz tolles Gespräch, auch über das Gefühl, jetzt im Kino zu sein, mit dem Publikum in den Austausch treten zu können. Und was alle halt immer und immer wieder betonen, was uns natürlich auch ganz besonders freut, ist, dass Sie halt sehen, wie sehr diese Stadt sich herausputzt, dekoriert und macht und tut, um sie willkommen zu heißen. Wie sieht denn eigentlich euer Tagesablauf aus? Ich meine, ich habe es schon mal gesagt, eigentlich, man liest 15 Uhr erstes Screening, das klingt nach Ausschlafen. Ähm, nein. Also, nee, nee, das wäre ganz schön, aber nee, es ist natürlich, es gibt es, also weil es um 15 Uhr beginnt, haben wir halt den ganzen anderen Rest des Tages, des Vormittags Zeit für all die Dinge, die sonst zu tun sind. Und also wir treffen, wie gesagt, die Leute. Es gibt, es gibt Lunches und es gibt sehr viel, was wir mit der Mob Industry oder Mob Connect, wie es in diesem Jahr heißt, Unternehmen, um die Leute in Kontakt zu bringen, sowohl hier vor Ort in Saarbrücken als dann auch online. Nein, das passiert alles vormittags. Wir haben die Juries, wenn sie kommen, sprechen wir mit ihnen und sozusagen, wir briefen sie für die Tage und für das Sichten. Und also es gibt genug zu tun, was wir auch im Team dann und in dem Büro erledigen müssen. Also es ist, ja, also die Tage sind trotzdem voll. Sie sind halt einfach klarer strukturiert als sonst. Das ist der Unterschied, ja. Ja, und natürlich auch nicht zu vergessen, dass es auch viele Interviews gibt und Möglichkeiten halt einfach nochmal die Filmschaffenden auch in der Presselandschaft vielfältig darstellen zu können. Und da haben wir auch einige Interviewtermine und die dann natürlich auch, was so schön ist, dann auch, also weiß ich nicht, der BR Kino Kino zum Beispiel, weil auch da Deutschlandfunk macht immer total viel SR natürlich auch, dass wir halt da auch nochmal wissen, dass die Filmschaffenden auch nochmal ihre Interviews, ihre Themen bekommen und auch nochmal platzieren können, worum es ihnen geht. Ja, SR ist ein gutes Stichwort. Der Oliver Hottong ist heute zugeschaltet, seit einigen Jahren Mitglied der Drehbuchjury und natürlich ein enger Partner, wenn es um die Vorbereitung geht. Svenja, was macht er alles? Oh, vieles. Also interessanterweise, er hat ja auch schon mal die Eröffnung moderiert und war auch bei den SR-Talks mit dabei und hat schon in vielfältiger Funktion wirklich seit Jahrzehnten, Jahren das Festival begleitet und auch immer mitgestaltet. Und wir haben tatsächlich auch ihm zu verdanken und Sabine Janowitz, dass wir im letzten Jahr halt den Festivalfunk so zusammen konzipieren konnten und den Wilden Ritt gestartet haben und jetzt in der Staffel zwei sind. Und ja, er ist Teil der Drehbuchjury und sichtet dort auch natürlich viel. Also er macht wirklich rundum Ofels schon seit langen Jahren viel und immer wieder in anderen Positionen und er findet auch seine Position beim Festival immer wieder neu. Festivalfunk ist eine gemeinsame Arbeit, die ihr vorangetrieben habt, schon direkt nach dem letzten Festival, wie ich weiß. Und er hat mir verraten, also da gab es auch mal Pläne, das hier mit Publikum zu machen, Olli. Ja, ja, das wäre dann der nächste Schritt in der Entwicklung. Jetzt sind wir ja erstmal froh, dass wir sozusagen den Schritt von ausschließlich über Videokonferenz-Tools die Leute zuzuschalten, der Schritt hin zu, dass wir tatsächlich Gäste hier haben können. Und wer weiß, und vielleicht ist dann der nächste Schritt, wenn es möglich ist, wenn es die Lage, die epidemische Lage zulässt, dann tatsächlich das mit Publikum zu machen, was natürlich nochmal wieder einen ganz anderen Charakter dem Ganzen geben würde. Gibt es da schon Pläne, Svenja? Ja, tatsächlich hatten wir ja überlegt, das ist ja, der Festivalfunk ist ja aus der SR-Lounge, die wir im Cines da hatten und aus den SR-Talks, die wir nachts immer im Lolas Bistro zusammen hatten, für den Wettbewerb-Spielfilm entstanden und wir natürlich gesagt haben, es ist nicht nur schön, das aufzuteilen und natürlich im Internet auch anbieten zu können als Internetfernsehen, sondern dass wir natürlich auch einfach es schön fänden, wenn wir die Möglichkeit haben, Gästefragen auch dort nochmal einbringen zu können. Das war bei den SR-Talks im Lolas Bistro immer total schön, dass man dort auch nochmal ausführlicher reden konnte. Und da gab es natürlich ein Konzept, wo wir auch gesagt haben, es wäre toll und daran werden wir festhalten und weiterarbeiten und gucken, was wir nächstes Jahr zusammen wie umsetzen können. Wir lassen uns überraschen, angeblich ist ja nächstes Jahr die Pandemie vorbei. Wollen wir es hoffen. Wir haben heute natürlich auch wieder tolle Gäste, auch Nominierte, einen genauer gesagt, für den Schauspielnachwuchs. Und das ist eine ganz spannende Entscheidung, dass er nominiert ist, weil er hat eigentlich gar keine Hauptrolle in seinem Film, der Aramta Fräschern, ich sage mal eine führende Nebenrolle, kann man so sagen. Ja, könnte man so sagen. Das ist ja im Grunde, jetzt hat man die Frage, wie man das definiert, was eine Hauptrolle ist, was eine Nebenrolle ist. Aber das ist für uns gar nicht so wirklich von Belangen und eigentlich auch egal. Also wir haben ja extra die Jury, die das auswählt, haben wir extra auch gesagt, guckt euch die Filme an und schaut nach den Leuten, nach den Schauspielern und Schauspielerinnen, die für euch interessant sind, die euch irgendwie ansprechen, die mit euch was machen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, sechs Personen da praktisch zu highlighten, sage ich jetzt mal. Und da ist es völlig egal, Geschlecht oder Haupt- oder Nebenrolle, das ist gar nicht entscheidend. Mittellanger Film. Dann kommt dazu, das ist ja noch ein mittellanger Film, gar nicht nur Spielfilm. Das finden wir ja auch sehr schön, dass wir da den mittellangen Film mit reinnehmen können, weil das eben auch nochmal mehr als der Kurzfilm eine super Möglichkeit gibt, tatsächlich für den Schauspieler, für eine Schauspielerin, da eine Entwicklung in so einer Figur zu machen. Und das ist ja in diesem Jahr mit zwei mittellangen Filmen, die da mit in den Nominierungen sind, auch super aufgegangen und hat funktioniert. Und auch, das muss man auch noch dazu sagen, aus diesem Film, Spit, sind gleich zwei Leute nominiert. Genau. Und deswegen, ich meine, klar, wenn man jetzt mal Haupt- und Nebenrolle mit, also man kann es ja über Perspektive machen, klar, dann ist es sie, die die Hauptrolle spielt. Man könnte es auch über Spielminuten machen, dann vielleicht auch. Aber trotzdem sind sie ja, sie sind ja voneinander abhängig. Also die eine Figur wäre nichts ohne die andere. Und dadurch ist es eigentlich gar nicht wichtig, was da Haupt- oder Nebenrolle ist. Ich sage mal den Namen Malaya Stern Takeda. Sie wird morgen dann zugeschaltet sein und dann haben wir das Gespräch. Ja, heute ein besonderer Tag natürlich, der achte Tag. Zum ersten Mal erreichen wir ungeahnte Längen. Aber eines bleibt gleich. Es gibt Ollis Online Only. Genau. Heute, also in dieser kleinen Rubrik, an die Sie sich alle schon gefreut haben wahrscheinlich, in dieser kleinen Rubrik stellen wir Programme vor, die wir eben ausschließlich auf unserer Website über das Streaming-Angebot zeigen. Das sind Programme aus dem Mob-Watchlist, also Langfilme und Programme, die eher im Kurzfilmbereich sich abspielen. In den letzten Tagen haben wir die Mob-Watchlist-Filme schon durch. Und heute sollte es mal darum gehen, um ein Kurzfilmprogramm, das wir seit vielen, vielen, vielen Jahren schon hier präsentieren. Jedes Jahr mit dem neuen Programm. Das ist das Kurzfilmprogramm vom Programmatelier Ludwigsburg-Paris. Das ist ein Fortbildungsprogramm oder Weiterbildungsprogramm von zwei Filmhochschulen. Einmal der Filmakademie Baden-Württemberg oder Ludwigsburg und einmal der Filmschule in Paris. Der La Femise. Der La Femise in Paris. La Femise, ja, in Paris. Und das heißt, dort finden sich immer zwei, also Regie- und Produktionspärchen, sagen wir mal. Und die produzieren, das ist eben deutsch-französisch als Programm, die produzieren Kurzfilme und jedes Jahr entstehen dort eine ganze Reihe. Dieses Mal sind es sechs. Das Oberthema heißt Gemeinsam allein. Und das sind immer wirklich sehr spannende Filme, die da zu diesem Oberthema entstehen. Und Alina Yklimova sehen wir da auch wieder. Das ist eine Regisseurin, von der wir auch einen mittellangen Film im Wettbewerb haben, Störenfrieda. Sie hat dort auch teilgenommen an dem Programm und ist dort mit einem zweiten Film vertreten in diesem Jahr. Also das ist der Tipp. Okay, da sollte man reinschauen. Ich hoffe allerdings, Gemeinsam allein ist nicht das Stichwort für die Präsenzveranstaltung. Du bist ein Überleitungsgott. Svenja, wie ist denn die Situation in den Kinos? Wir haben jetzt schon einige Tage hinter uns. Wird das Angebot wahrgenommen? Das Angebot wird wahrgenommen. Und was wir natürlich auch total toll finden, wir haben bisher immer noch mehr Kinotickets verkauft als Streaming-Tickets. Aber natürlich ist es ganz klar, wir sind mitten in der fünften Welle. Es ist Omikron. Ich denke, mittlerweile kann jeder von uns im Bekannten- und Familienfreundekreis zählen, dass es auf jeden Fall Leute gibt in Quarantäne, dass irgendwie Leute mit Kindern, mit den Kitas und so Probleme haben, sodass wir auch wissen, dass die Kinos natürlich leerer sind, als es natürlich auch gewohnt ist. Und das war uns tatsächlich auch von vornherein klar, dass wir haben normalerweise eine sehr, sehr gute Kinoauslastung, dass das natürlich mitten im Winter nicht machbar ist. Aber worüber wir uns sehr freuen, ist, dass egal mit wem wir reden und welche ZuschauerInnen auch wirklich auf uns zukommen, sie sind halt total begeistert. Sie stellen tolle Fragen. Sie sind auch im Filmhaus oder in der Passage oder in der Kamera zugegen. Und es meint und es sieht leer aus, aber andererseits ist es auch eine Möglichkeit, natürlich in diesen Pandemiezeiten etwas anzubieten, was man halt in kleinen, sicheren Räumen zeigen kann. Und deswegen sind wir wirklich sehr zufrieden, wie es im Moment läuft, weil wir einfach froh sind, dass wir in den Kinos was zeigen können, dass die Leute es auf der großen Leinwand erleben können und dass es eben auch die Möglichkeit gibt, natürlich auch das Streaming-Angebot wahrzunehmen und merken auch, dass viele ZuschauerInnen sagen, die Mischung ist für sie auch total toll, dass sie sich ins Kino auch mal trauen, dass sie auch wollen, aber dass sie dann auch gerne nochmal einen Film online dazusehen. Und es gibt trotzdem Leute, die sich auch Urlaub nehmen, was ich natürlich sehr schön finde, weil da haben wir auch lange drüber gesprochen, wird es Leute geben, die sich Urlaub nehmen? Sonst ist das ja wirklich immer so etwas, was auch was Besonderes ist bei Max Ohrfülz. Und deswegen, wir sind zufrieden und wir wissen, dass es aber einfach, dass wir jetzt mit vollen Seelen haben, wir nicht gerechnet. Weil das ist, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist halt die Situation, das ist die Realität, vor der wir stehen. Das ist das, was also die Kultur in den vielen Bereichen, nicht überall, aber gerade die Filmkultur, im filmkulturellen Bereich eben die Realität ist. Momentan sind die Kinos eben nicht voll besucht zu 100 Prozent. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen kann man das auch nicht erwarten. Und das haben wir auch nicht erwartet. Und wir freuen uns wirklich über alle, die kommen. Und es ist wirklich eine Stimmung, über die wir uns sehr freuen. Und wir haben uns für dieses System entschieden in diesem Jahr. Wir haben, wir mussten es, wir haben es wirklich, also wir wissen ja, wie diese Zeit funktioniert. Man kann im Grunde nichts, man kann ja nicht mal die nächste Woche irgendwie richtig planen, ob man irgendwie seine Familie besuchen kann, weil du es nicht genau sagen kannst. Und wir mussten aber vor drei Monaten eine Großveranstaltung planen. Insofern ist das der Weg, den wir gegangen sind. Wir sind sehr, sehr froh damit und freuen uns über alle, die da sind. Genau. Wir werden nachher einen kleinen Einspieler sehen, den der Saarländische Rundfunk gemacht hat, wo auch ein paar der anwesenden ZuschauerInnen befragt werden. Da kriegen wir auch nochmal einen kleinen Einblick. Aber wir haben es schon gehört vorhin im Vorgespräch. Es ist total wichtig, die Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Ein Film, der auf die große Leinwand kommt. Dazu wird es gleich ein Gespräch geben zwischen Karl und unseren beiden Gästen. Der Film heißt Ghost Island. Svenja, möchtest du überleihen? Genau, Ghost Island spielt bei uns im Wettbewerb Spielfilmen eine sehr große Rolle und wird Premiere haben heute Abend. Und Roman Tolani ist da. Und Karl, ich übergebe dir das Wort und wünsche dir mit beiden Gästinnen sehr, sehr viel Spaß und ein anregendes Gespräch. Da freue ich mich auch drauf und ich darf noch ergänzen, der Kameramann Konstantin Kampian ist auch uns zugeschaltet via gängiger Videoplattform, welche auch immer das jetzt ist. Ist ja auch egal. Und Roman Tolani ist da und die Hauptdarstellerin Sabali Williams. Und wenn ich es richtig weiß, seid ihr... Hi. Hi, ja. Hallo. Hallo. Willkommen im Festivalfunk. Und ihr seid auch jetzt schon ein paar Tage in Saarbrücken. Ihr habt das Festival schon mitgenommen, nur weil eben Svenja, Olli und Urs gerade so ein bisschen über die Kinosituation gesprochen haben. Wart ihr in den Kinos? Habt ihr es auch genießen können? Oder wie war es für euch? Also ich bin erst heute angekommen. Okay, gut. Dann ist es schwieriger. Salva ist heute angekommen. Mein Kameramann und Mitproduzent Konstantin und ich sind jetzt hier schon seit vier Tagen. Wir sind ein bisschen früher angereist, um einfach ein paar Flyer zu verteilen und nochmal irgendwie die Saarländer drauf aufmerksam zu machen. Vielleicht am Sonntagabend sich Ghost Island anzuschauen. Und dabei haben wir auch ein bisschen über den Film erzählt. Okay. Oder eben auch über die Streaming-Plattform. Das wäre ja die Alternative. Habt ihr aber selber die Gelegenheit gehabt, auch mal Filme zu gucken? Oder wart ihr so sehr mit eurem eigenen Film noch befasst? Also wir waren tatsächlich jeden Tag im Kino. Okay, cool. Und wir haben alles angeschaut, was wir anschauen konnten und haben auch fleißig gewartet. Und ja. Cool. Ja. Jetzt reden wir über euren Film. Ich schreibe mal her nicht. Sorry. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte nur sagen, bis jetzt haben wir nur schöne Filme und schöne Sachen gesehen. Und es war auch nach dieser langen Zeit ohne Kino einfach schön, wieder so viele schöne Sachen zu sehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist von hier aus immer ein bisschen schwierig. Wir sind so gefangen im Festivalfunk. Da beneide ich euch tatsächlich ein bisschen. Aber jetzt reden wir über euren sehr schönen Film. Es mag für die einen eigentlich wie ein Traum klingen, eine komplett menschenleere Insel. Da kann man sich sicher gut gehen lassen. Es wird aber relativ schnell unserer Hauptfigur in diesem Film deutlich, dass da irgendwie das ein oder andere nicht so ganz normal ist auf der Insel. Wir schauen uns das mal ganz kurz in einem Ausschnitt an. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie man tatsächlich besetzt, zum Beispiel war, es gab ganz andere Vorstellungen von wie die Figuren aussehen sollten und das konnte dann nicht stattfinden und das hat dann erstmal zu einem inneren Widerstand irgendwie geführt. Und da ging es dann darum, eher diese Widerstände anzunehmen und ich deute da so extrem drauf, weil das ja gewissermaßen auch die Situation bedingt, in der wir uns befinden. Das heißt, ganz vieles, was normalerweise stattfindet oder stattgefunden hat oder unseren Vorstellungen entspricht, kann plötzlich so nicht mehr stattfinden und auch wir Menschen in dieser Situation haben gar nicht die Möglichkeit, daran was zu ändern, sondern wir müssen eher mit diesem Widerstand jetzt umgehen. Meinst du das Pandemische jetzt? Also das Pandemische, ja genau. Also wir haben das Äußere auch zu einem inneren Prozess gemacht. Das ist so die Analogie tatsächlich dazu. Das heißt eher das Umgehen mit dem, was nicht sofort... Nicht steuerbar ist. Ja, genau. Trotzdem, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja quasi auch ein Suchen nach dem eigenen Film, aber irgendwie muss man ja, in der Forschung sagt man dann, man stellt eine Arbeitshypothese auf. Also man muss ja irgendwo mal anfangen, deswegen habe ich auch nach der ersten Idee gefragt, dann muss ja schon der erste Gedanke zum Film schon der Verworfene sein und dann gilt ja erst der zweite, wenn ich euer Konzept jetzt richtig verstanden habe. Also was war der erste Ansatzpunkt? Kam der überhaupt von dir oder kam der auch aus dem Kollektiv heraus? Der kam, mein Kameramann und ich, wir sind November 2020 auf Mallorca gewesen und waren da irgendwie auf dem Ballermann, wo normalerweise 500.000 Sangria-Eimer-Leute sind irgendwie und wir waren da wirklich dort und da waren plötzlich gar keine Leute. Und da kam dann sofort irgendwie die Idee, okay, das ist eigentlich eine Kulisse und die allererste Idee war, was wäre, wenn ein Lottogewinner sich auf Mallorca ein Haus kauft und nachdem er sich das Haus gekauft hat, geht er raus und bemerkt, dass einfach niemand da ist und er ist der einzige Typ und weiß nicht, was er mit seinem Geld tun soll. Das war die erste Idee und die wurde dann relativ schnell verworfen, aber dass eine Person grundsätzlich auf der Insel alleine ist, das ist so ein ganz konkreter Ansatz gewesen. Okay, aber die erste Idee ist eigentlich auch ganz cool, aber dann werdet ihr natürlich eure eigenen Regeln brechen müssen, geht natürlich nicht. Salva, wann bist du dazu gekommen? Also die beiden haben auf Mallorca diese Idee erstmal gesponnen und wie bist du in das Projekt dann reingekommen? Weil du hast ja offensichtlich kein klassisches Drehbuch bekommen, weil da hätte wahrscheinlich eh auch nicht viel Text drin stehen können. Ja, genau. Also wir kannten uns schon vorher und dann haben die beiden mir gesagt, dass die einen Film machen wollten und ich habe ein Casting gemacht, das war auch ohne Drehbuch ein bisschen improvisiert und wir haben viel darüber eine Geschichte geredet, dass also in dieser Zeit um den Tod geht und also Purgatory in dieser Zwischenzeit und ich hatte einfach Bock, den Film mit den beiden zu machen und es war langsam, Step by Step haben wir ein Drehbuch geschrieben und ja. Wie produziert man da jetzt oder wie geht man da vor? Weil du hast ja jetzt quasi keinen klassischen Drehplan, weil du ja permanent auf der Suche bist, permanent irgendwie die Story weiterentwickelt. Habt ihr einfach euch auf Mallorca eingemietet? Das ist Mallorca oder wo habt ihr gedreht? Wir haben auf Mallorca gedreht. Konstantin? Ja, ich meine, wir sind zusammen wie eigentlich eine WG dann geworden und haben zu fünft in diesem Haus gewohnt und haben eigentlich vor Ort dann, also wir hatten ja eine grobe Struktur, die wir verfolgt haben, die sich natürlich die ganze Zeit verändert hat, aber wir sind eigentlich auch teilweise losgegangen und hatten auch mal einen Tag vielleicht mal kein Ziel und haben uns eher so inspirieren lassen von einem Ort und haben gesagt, okay, guck mal, dieser Ort ist super interessant, was könnte da, was zu unserer Geschichte passt, spielen und haben dann mal eine Szene gedreht, die dann verworfen wurde und es gab auch, wir haben Improvisationen gemacht von Szenen und Roman hat dann daraufhin von diesen Impros das Buch weiterentwickelt und weitergeschrieben und am nächsten Tag haben wir sozusagen die geschriebene Szene vom Abend gedreht und so ging es dann immer, es wurde sehr viel diskutiert einfach und aber im Endeffekt ist da was Schönes draus geworden und wir haben auch irgendwann einfach unsere Linie gefunden, wie es dann sein soll. Also es wurde dann immer fließender eigentlich, mussten wir uns da auch reinarbeiten. Wie war das für dich, für dein gestalterisches Bildkonzept, was wahrscheinlich letzten Endes auch wieder im Kollektiv entstanden ist, aber also einmal ganz praktisch gefragt, ihr habt ja unglaublich faszinierende Aufnahmen, die eine Morbidität ausstrahlen, komplett menschenleer. Mir fällt jetzt gerade dieses Bild von dem Kanal ein, diese ausgetrocknete oder da ist es jetzt vielleicht noch leichter, aber eine Landstraße, die komplett leer ist. War die Insel zu dem Zeitpunkt wirklich so leer oder mit welchen Tricks musstet ihr euch da helfen, um solche Bilder zu kriegen mit komplett leeren Weitwinkeln? Ja, sollen wir das Geheimnis verraten? Bitte, bitte. Ja? Okay, kommt sie? Soll ich? Okay. Also die Insel war nicht leer, es sind wirklich Autos hinter uns gefahren, wir haben teilweise da gestanden und wirklich einfach gewartet, bis das Bild im Hintergrund frei wird. Und wir hatten auch ein ganz besonderes Kamerakonzept eben, dass wir wenig auf die Bewegung der Kamera, also wir haben die Kamera nicht selten losgelöst vom Stativ und dadurch, durch diese Starre, hatten wir die Möglichkeit auch teilweise das Bild zu bestimmen und wir konnten auch bestimmte Teile einfach ersetzen mit einem nicht bewegten Teil im Hintergrund zum Beispiel. Verstehst du? Ah, okay. Das ist im Grunde, es ist einfach ein alter Filmtrick wahrscheinlich. Ja. Ihr habt dabei eine unglaublich starke Bildsprache gefunden, wie ich finde, die ja einmal, ich habe es eingangs gesagt, das ist eigentlich so der Traum, man ist irgendwie auf einer wunderschönen Insel, diese Insel hat aber auch irgendwie was Kaputtes, was Raues, was Morbides und trotzdem habt ihr teilweise, vor allen Dingen eher, wenn es in den Abend geht, sehr romantische Bilder gefunden, die dann auch von der Musik her natürlich noch ein bisschen verstärkt werden. Warum quasi diese Balance zwischen Morbidität und Romantik, sage ich mal? Liegt das nicht nah beieinander? Ja, es ist natürlich ein faszinierender Bruch, aber er war ja bei euch auch sicherlich irgendwie motiviert. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, weil die Insel hat halt auch diese beiden Facetten. Sie hat diese unglaublichen riesigen Hotels, die so voll sind und die, wenn sie leer sind, sehr morbid wirken, aber es gibt trotzdem diese kleinen mallorquinischen Städtchen, die einfach wunderschön sind. Und man denkt oft, wenn man an Mallorca und Ballermann hat, man hat man diese eine Seite, aber Mallorca ist halt so vielseitig und wir wollten das halt auch einbauen und jetzt nicht irgendwie die Insel verraten, so aus unserer Perspektive. Die Insel wird ja auch gar nicht konkret preisgegeben. Also man kann es ahnen. Ich weiß gar nicht, woher ich es jetzt wusste. Es stand vielleicht irgendwo, dass es Mallorca war oder ihr habt es gerade eben gesagt. Also es könnte natürlich auch eine andere Mittelmeerinsel theoretisch sein, wenn man sie nicht jetzt an irgendwelchen Wahrzeichen wiedererkennt. Reden wir mal noch ganz kurz über das, was ihr auf dieser Insel passieren lasst. Deine Figur landet da vermutlich. Ich weiß nicht, ob du irgendwie einen Hintergedanken in der Figur mit im Gepäck hattest, um Urlaub zu machen oder um Entspannung zu finden. Und stellt aber schnell fest, das geht gar nicht. Also irgendwie ist die Insel A ausgestorben und die Menschen, die sie trifft, angefangen vom Taxifahrer bis hin zu einer komischen oder einer Frau, die, ich werte es jetzt nicht, die auch irgendwie was sehr Eigenartiges hat. Ja, da merkt sie doch, das stimmt doch was nicht. Was passiert dann? Ja, ich glaube, ich muss von Anfang an sagen, dass sie ist auf dieser Insel gelandet und hat gar keine Erinnerungen oder ist nicht bewusst von irgendwas, von einer Vergangenheit. Also es gibt gar nichts. Stunde Null. Ja, also ich bin jetzt geboren, kann man sagen. Und dann merke ich, hey, ich bin alleine. Ich habe ein Haus, ich habe den Schlüssel. Okay, wo bin ich? Das ist schon cool, schon nice. Und dann bin ich rausgegangen und merke sofort, dass auf der Insel gibt es niemanden, bis ich Timo, genau, ich weiß, was ich was sage. Timo Fakrava, wunderbarer Schauspieler. Ja. Heißt Odysseus, inoffiziell. Also alle Figuren haben einen inoffiziellen Namen. Sie haben inoffizielle Namen, ja. Aus dem Abspann geht das nicht hervor. Ist für uns auch erst mal zweitrangig. Aber das ist interessant, weil du sagst, das war mir so nicht klar, dass du quasi bei Null anfängst, weil... Ja, also die Frage war, wo bin ich? Wer bin ich? Weil ich weiß nicht, woher ich komme. Und dann habe ich einfach versucht, mehr zu verstehen, wo ich war, wer die Leute waren und was mein Grund oder Purpose auf dieser Insel war. Ja. Aber du bist ja... Es kriegt ja dann sowas Archaisches auch. Du kriegst dann relativ schnell diesen... So einen Speer oder selbst mit dem Messer oben dran getapet und... Ich heiße tatsächlich Speer. Ah, okay. Oder sie. Sie. Wir können das, glaube ich, abstrahieren. Das kriegen wir hin. Und dann bist du eben bei dieser Dauerurlauberin, die da irgendwie... Und brichst da mehr oder weniger ein und kriegst da sozusagen... Verlierst diesen Touristenstatus sofort, den man im ersten Moment als Zuschauer irgendwie mit dir assoziiert und bist sofort quasi eher ein archaisches Wesen, das ohne Besteck die Suppe in sich reinschüttet und wo man... Und das zieht sich so an mehreren Stellen durch. Sie spricht auch mit dir, als wärst du irgendwie eine seltene Eidechse und mit voller Bewunderung. Also es kriegt so einen Wildnisaspekt. Jetzt muss Konstantin lachen. Du kannst gerne widersprechen, auch wenn du jetzt uns nur zugeschaltet bist. Ich fand es eher eine schöne Zusammenfassung, was da alles passiert. Aus deiner Perspektive, weil das hatten wir eigentlich unglaublich gerne. Aber war dieser Wildnisgedanke nicht gedacht, oder? Ich würde es mal so sagen, der Film diktiert ja wirklich sehr wenig. Also er gibt ja auch nicht viele Erklärungen. Und der Film lebt tatsächlich von der Interpretation der Zuschauer auch. Das heißt, jeder sieht in diesem Film das, was er auch sehen will. Und das war wunderschön, tatsächlich. Weil es fügt sich dem Gedanken der Geschichte total an, ohne dass wir zu viel verraten von, was das hinterliegende oder unterliegende Konzept der ganzen Sache war. Aber das ist sehr schön. Vor allem, weil die Figur auch eine Verwandlung ja durchmacht irgendwie. Jetzt müssen wir überlegen, wie weit wir in diese Verwandlung reingehen. Weil je mehr wir jetzt drüber reden, desto mehr machen wir Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht das Ganze irgendwie auch wieder kaputt, weil wir jetzt das an dieser Stelle zerreden. Oder wie seht ihr es? Also ihr entscheidet, das ist euer Film. Ja, ich wäre, also es ist schade. Ich würde es vielleicht nicht zu weit treiben. Nee, dann treiben wir es vielleicht nicht zu weit und verfragten das auch dann auf vielleicht viele, oder es wird ja ein Publikumsgespräch geben noch im Kino vor Ort. Und es wird aber auch sonst bestimmt die Gelegenheit geben mit euch diese, ach nein, eins müssen wir unbedingt noch besprechen. Weil das hat mich auch total fasziniert. Entschuldigung, gut, dass ich es noch sehe. Sorry, Urs. Weil wenn es um diese Stille geht, gerade die Tonebene fand ich enorm spannend. Du hast gesagt, beim Bild habt ihr getrickst und beim Ton habt ihr, glaube ich, auch getrickst. Was genau habt ihr an Z-Ton sozusagen gehabt? Wir hatten Z-Ton und wir haben ganz viel Auslassung in dem Film. Also wir erzählen großen Raum ohne Menschen, wir erzählen den Film ohne viele Worte, ohne viele Erklärungen. Und uns war es total wichtig, diese Auslassung auch auf die Tonebene zu bringen. Und da hatten wir das große Glück, dass wir wunderbare Soundjungs hatten. Audiobox, Jonas Lechenmeier, Kai Unger, ich muss diese Namen nennen, weil sie einfach wirklich wenig gesehen haben dafür. Auch unser begabter Musiker, Lukas Mayfloor, die haben uns dabei geholfen, den Film zu 95 Prozent wirklich im Film nachzuvertonen. Und zwar insofern, dass wir eine totale Weite sehen, aber dann hören wir nur einen einzigen Baum rascheln zum Beispiel. Und das war ganz wichtig, um auf der auditiven Ebene einfach nochmal so dieses sowieso abstruse Setting irgendwie zu unterstreichen oder nochmal mehr rauszuziehen. Genau, ja. Habe ich deine Frage behandelt? Ja, sehr gut, sehr gut. Hat mir geholfen und ich finde, da haben wir auch nicht zu viel verraten. Jetzt gucke ich noch einmal zur Sicherheit hier drauf, ob es noch irgendwas ganz Wichtiges gab, was wir unbedingt besprechen mussten. Ich glaube es nicht, ich will nur nichts vergessen. Nein, ich danke euch sehr, dass ihr da wart und wünsche euch viel Erfolg mit Ghost Island. Also ein wahnsinnig spannender Film und jetzt haben wir, glaube ich, auch eine Menge dazugelernt und können den mit ganz wachen Augen sehen. Viel Freude Ihnen bei Ghost Island und euch noch eine schöne Zeit hier in Saarbrücken. Danke dir. Wir danken euch. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Urs, sorry, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber so ist es manchmal. Das hat Vorrang, wenn dann noch eine Frage rauskommen muss, dann, das ist total wichtig. Nee, super. Er hat große Freude gemacht, euch zuzuhören. Ich wünsche euch viel Erfolg auch für den Film und den Start. Und ich habe jetzt heute einen Gast zugeschaltet, der nominiert ist für den Schauspielnachwuchspreis. Er heißt Aram Tafreshian und ja, da sehe ich ihn auch schon. Hallo Aram, grüße dich. Ich hoffe, du hörst mich auch. Hallo. Sehr gut, hallo. Ja. Wo sitzt du denn gerade? Das sieht gemütlich aus. Ja, das ist es auch. In Berlin, Neukölln. Ah ja. Da sitze ich in, bin gerade mit meiner Freundin zusammengezogen in eine neue Wohnung. Ach cool. Ja, also geschmackmäßig finde ich sehr, sehr spannend. Hat so ein bisschen was auch von uns. Wir haben auch so ein bisschen Wohnzimmer-Atmosphäre hier versucht zu schaffen in diesem Raum. Ich weiß nicht, ob du siehst. Aber ja, also das ist so leider natürlich, weil manche wie du jetzt eben nicht zu uns reisen können in diesen Zeiten, ist es trotzdem wichtig, dass wir miteinander sprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wundervollen Nominierung. Wenn man liest, wenn man liest, wenn man liest, Maria Schrader, Til Schweiger, Christiane Paul, Fritz Karl, Jakob Matschens, Liv, Lisa Fries und viele andere haben diesen Preis schon bekommen. Was bedeutet es dir? Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich irgendwie eine ganz große Ehre. Das hat mich unglaublich gefreut. Aber auch nicht nur irgendwie diese Namen, sondern ich hatte jetzt das Glück schon so ein paar Filme zu gucken. Ich habe Paradies zum Beispiel gesehen mit wirklich der ganz tollen Julia Windeschbauer und eigentlich vier ganz, ganz großartigen Darstellerinnen. Und ich fühle mich richtig geehrt, da in dieser Runde zu sein. Das ist richtig, wirklich sehr schön. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch immer toll, wenn wir euch ein bisschen kennenlernen dann auf diesem Wege. Ich muss gerade mal sagen, das Bild in unserem Monitor ist ein bisschen klein, weil hier steht, dass deine Netzwerkbandbreite etwas niedrig ist aus Neukölln. Aber das ist halt Berlin. Im Saarland geht es. Ich könnte noch versuchen, hier auf mein Handynetz umzuschalten. Wir reden einfach weiter, würde ich vorschlagen, lieber Aram. Weil es geht darum, wir sehen dich, vielleicht nicht monitorfüllend, aber wir hören dich. Und ansonsten empfehle ich ja, dich zu sehen in Spit auf jeden Fall. Das ist der mittellange Film, für den du hier bist. Aber zuerst mal ein bisschen über dich als Person. Ich habe gelesen, geboren in Filderstadt. Und bist du dann auch in dieser Gegend aufgewachsen im Schwäbischen oder wie geht es bei dir weiter? Tatsächlich, in Stuttgart direkt bin ich aufgewachsen. Meine Eltern sind da, ich glaube, ein paar Jahre bevor ich geboren wurde, hingezogen. Meine Mutter kommt ja vom Bodensee eigentlich, mein Papa ist Iraner. Und die hat es dann beide ins Schwäbische verschlagen. Und hatten die einen Bezug zum Schauspielen, zum Theater, zum Film irgendwie? Oder waren die ganz begeistert, dass du das dann machtest? Ja, die waren tatsächlich immer sehr, sehr unterstützend, aber kommen tatsächlich von ganz woanders. Mein Papa ist Mathematiker und Altiler. Meine Mutter ist Heilpraktikerin. Also wirklich völlig andere Bereiche. Aber meine Mutter erzählt immer gerne die Anekdote, wie ich als Kind, als, glaube ich, Acht- oder Neunjähriger, habe ich so eine Annonce in der Zeitung entdeckt, dass es eine Schauspielschule für Kinder in Hamburg gibt. Und wollte sie wohl direkt überzeugen, dass wir da jetzt alle hinziehen. Wow. Was ihr aber nicht gemacht habt. Nicht gemacht habe ich. Aber was... Ja, trotzdem. Gab es denn so einen Punkt, wo du gemerkt hast, so, ja, das interessiert dich total? Also ist das in der Kindheit schon? Oder gab es einen Film, ein Theaterstück oder so? So einen Initiationsmoment? Nee, ich glaube, dass das irgendwie... Ich wüsste gar nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube, das war schon immer... Ich weiß, dass mein Papa hat mit uns als Kinder sehr viel alte Charlie-Champion-Filme geguckt. Die haben mich sehr geliebt. Ich glaube, der große Diktator habe ich bestimmt 20 Mal gesehen. Auch schon sehr früh. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich auch. Aber das war irgendwie schon sehr früh. Und klar, ich glaube, es hat sehr lange gedauert, bis ich mich getraut habe, das als Beruf zu sehen. Und nicht zu denken, man macht das irgendwie so nebenbei und macht dann noch was Vernünftiges. Wie waren denn die ersten Schritte? Weil im Netz, wenn man nach dir sucht, steht immer erste Bühnenerfahrung als Schlagzeuger. Kam da irgendwas vorher noch oder war das quasi das Erste, dass du mit einer Band irgendwie auf Bühnen unterwegs warst? Ja, das war so zu Schulzeiten. Also ich war so lange hin- und hergerissen. Irgendwie hat mich das Künstlerische immer total interessiert. Aber ich habe mit sechs angefangen, Schlagzeug zu spielen und dann eben sehr viel so in der Band, im Orchester. Und dann kam irgendwann das Theater dazu. Und ich war immer so hin und hergerissen. Musik, Theater, Musik, Theater. Und habe mich dann aber relativ schnell entschieden. Oder bin da irgendwie auch so reingerutscht. Ich habe dann während dem Abi beschlossen, ich bewerbe mich jetzt mal an Chorspielschulen. Und das hat dann irgendwie geklappt. Und dann habe ich nicht noch mal länger nachgesagt, sondern einfach weitergemacht. Bevor wir auf die 1. Busch-Hochschule zu sprechen kommen, was für eine Art Musik hast du denn gemacht? Auch tatsächlich durchgemischt. Ich war irgendwie so ein bisschen, es gab so eine Zeit, wo ich, glaube ich, manisch immer nach der Schule irgendwo anders hingegangen bin. Ich habe im Jugend-Sinfonie-Orchester in Stuttgart gespielt. Also klassische Musik, Pauke habe ich gespielt. Das war total schön, weil wir sehr viel so Austauschprogramme hatten und sehr viel reisen konnten. Ich habe in einer Big Band gespielt, also so sehr viel Jazz. Und wir hatten ein Schlagzeug-Ensemble, so ein Schlagzeug-Kombo mit unserer Schlagzeuglehrerin, wo wir tatsächlich nur mit verschiedenen Schlaginstrumenten, das ist ja eine sehr große Bandbreite, gemacht haben. Ja, also total vielseitig eigentlich. Merkst du, dass dir das hilft heute beim Spielen, diese musikalische Schule quasi? Ja, total. Also gerade, naja, ich habe tatsächlich, glaube ich, da schon einfach so, also mit diesem Schlagzeug-Ensemble standen wir, da war ich, glaube ich, sieben oder so, dass ich das erste Mal da auf der Bühne stand. Das hat bestimmt so eine gewisse Selbstverständlichkeit mitgebracht, dass man das irgendwie gerne macht und das irgendwie auch schön findet und da nicht, zumindest nicht so krass gestresst ist, wie man es so denkt. Und natürlich so ein Rhythmusgefühl und so ein mentalisches Gefühl. Ich glaube, ich denke da auch, wenn ich an so eine Figur oder an so eine Sprache rangehe, sehr rhythmisch. Ja, toll. Also, weil das kennt man ja sonst von Editoren, dass die natürlich dann den Rhythmus reinbringen, aber spannend, wenn das schon quasi beim Spielen auch schon eine Rolle spielt. Ja, Ernst-Busch-Hochschule, das ist natürlich eine der führenden Schauspielschulen in Deutschland. Bist du da gleich genommen worden und wie bist du da aufgenommen worden in diesem Kosmos? Ich hatte da eine wirklich sehr schöne Zeit. Ich hatte tatsächlich das Glück, während dem Abi habe ich den Stapel noch gefunden. Ich hatte alle Briefe an alle Schauspielschulen schon frankiert und fertig und wollte die mal so spät wie möglich abschicken, damit ich möglichst nach dem Abi erst zum Vorsprechen gehe. Und da war die Ernst-Busch, die sind meistens, glaube ich, die frühesten im Jahr. Da waren die die Ersten und irgendwie hat es gleich geklappt und dann habe ich die anderen Briefe gar nicht mehr abgeschickt. Super. Und da angefangen und ich hatte da eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit, was, glaube ich, vor allem aber auch daran liegt, dass ich meine wirklich wichtigsten und besten Freunde, mit denen ich auch bis heute noch ganz viel Kontakt habe und zusammenspiele, da kennengelernt und getroffen habe. Und das Tolle an der Ernst-Busch ist ja, dass es so große Jahrgänge sind und noch sechs Regiestudierende immer dabei sind. Das heißt, man hat auch so tolle künstlerische Begegnungen mit jungen angehenden RegisseurInnen. Also für mich war das eine sehr besondere, sehr verrückte, bereichernde Zeit. Damals war die Ernst-Busch ja auch noch in Schöneweide, also wirklich so ganz weit draußen. Was auch total schön war. Man ist so, man hat eigentlich, also die ersten Jahre habe ich von Berlin eigentlich gar nichts mitbekommen. Ja, ich finde es ganz spannend. Ich lasse jetzt gerade mal kurz das, was dann dazwischen kommt aus. Darüber reden wir gleich. Aber du bist jetzt Dozent an der Ernst-Busch, habe ich gelesen. Also das finde ich einen ganz spannenden Bogen, in jungen Jahren da jetzt schon gelandet zu sein. Was unterrichtest du dort? Schauspielen. Das ist tatsächlich, glaube ich, vielleicht war das bei mir eine relativ kurze Pause zwischen dem Studium und dem Unterricht, aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. Die, die, Anne-Ernst-Busch, die sind da immer sehr hinterher, dass die SchauspielerInnen, die da studiert haben, auch dann selber mit Studierenden arbeiten und das so ein bisschen auch natürlich weitergeben, was sie da gelernt haben in Kombination mit dem, was sie dann selber eben mitbringen. Und da hatte ich vor drei Jahren, glaube ich, die, oder zwei, ja genau, drei, vier Jahren die Gelegenheit, das zum ersten Mal zu machen und bin da ziemlich schnell süchtig danach geworden, weil das eine total schöne Erfahrung ist, nochmal anders über das eigene Arbeiten so nachzudenken, was man ja sonst so total intuitiv macht und plötzlich muss man irgendwie Leuten erklären, warum man das eigentlich so macht oder wie man das eigentlich benennen würde. Man muss so Worte dafür finden. Plötzlich merkt man, dass man selber Sachen sagt zu Studierenden, die einmal Regisseure sagen, RegisseurInnen sagen. Und versteht das plötzlich anders? Also für mich war das eine richtig, oder ist das immer noch eine total lehrreiche, bereichernde Erfahrung, das immer wieder mal zu machen. Ich möchte das jetzt einmal vorgreifen, weil eine deiner SchülerInnen ist ja jetzt quasi deine SpielpartnerIn und die ist ebenfalls nominiert für den Film Split. Und es gibt eine schöne Tanzszene zwischen euch. Ihr habt euer erstes Date und deine Figur hat Rock'n'Roll-Kenntnisse und die will sie an den Mann, beziehungsweise die Frau bringen. Und das schauen wir uns mal ganz kurz an. Da, ich möchte das jetzt hören und danke dir. Bone built schön. Supergue Dynamine. Konzin! Ja, eine tolle Szene, wo du deine musikalischen Talente auch schon anbringen konntest. Das ist Malaya Stern-Takeda. Sie war dann an der Ernst-Busch-Hochschule, als du dort Dozent warst. Ja, tatsächlich sogar das allererste Mal. Also das allererste Mal, dass ich eine Szene gearbeitet habe mit zwei Studierenden. Da war sie eine davon und das war wirklich eine ganz besondere Begegnung. Uns verbindet seitdem, glaube ich, eine sehr enge, auch eben künstlerische Freundschaft. Wir haben dann nochmal an der Hochschule zusammengearbeitet, dann diesen Film zusammen gemacht und im letzten Jahr dann sogar, ich hatte ja die Gelegenheit, letzten Sommer in Cottbus zum ersten Mal eine eigene Regie machen zu dürfen. Da hat sie alleine einen Soloabend gestemmt, zwei Stunden lang Richard III. gespielt, was sie wirklich unglaublich toll gemacht hat. Großartig. Also das ist natürlich toll, dass man da das verbinden kann, was an der Schauspielschule passiert und dann eben auch im Theater. Aber man hört schon raus, Theater ist eine Leidenschaft von dir. Allein wenn man es liest, Deutsches Theater, Berlin, dann Staatstheater, Mainz, dann Fest, beim Maxim Gorky und dann später Frei. Und wo bist du noch? Schauspiel Köln, genau, habe ich gelesen. Also das ist schon so deine Hauptlandschaft, wo du dich bewegst, habe ich so das Gefühl. Ja, oder zumindest auf jeden Fall meine künstlerische Heimat irgendwie. Also ich glaube, das sind auch die künstlerisch krassesten, prägendsten Jahre gewesen. Die sieben Jahre, die ich im Ensemble am Gorky-Theater war, nachdem da Sherman Langhoff und jetzt Hilje neu angefangen haben. Und wir so einen Neustadt hatten mit so einem ganz unglaublich tollen, jungen, diversen Ensemble. Wir hatten da wirklich, glaube ich, legendäre Jahre und eine tolle Zeit. Und das ist, glaube ich, also da komme ich irgendwie, das ist so das, was mich künstlerisch, menschlich, politisch irgendwie am meisten geprägt hat. Und genau, jetzt seit zwei Jahren habe ich beschlossen, dass ich aber gerne auch sehr viele andere, unterschiedliche Sachen machen möchte und gemerkt, wie sehr einen das so bereichert. Und bin da immer noch am Gorky, aber eben nicht mehr fest, sondern als Gast. Super. Ja, also ich finde auch, das hat man gemerkt, gerade die Jahre, die du da ansprichst, da war eine enorme Power, die vom Gorky-Theater ausging. Das hat man auch gemerkt, wenn man nicht in Berlin gewohnt hat. Das war eine Wirkung auch auf andere Theater. Definitiv. Aber ich finde es halt auch spannend, jetzt sind wir hier bei einem Filmfestival, reden wir natürlich auch ein bisschen über Film. Da hast du durchaus auch einige Erlebnisse, die spannend sind. Ich sage mal, zwei Serien stechen da besonders heraus. Weißensee, die vierte Staffel und Dogs of Berlin von Christian Albert, die Netflix-Serie, warst du dabei. Und dann auch noch bei Exit von Sebastian Marker 2020, auch eher kein Unbekannter hier. Wo ist da für dich der Hauptunterschied, wenn du dann mal vor der Kamera stehst? Das ist eine gute Frage. Naja, ich glaube, ich finde, beides macht unglaublich viel Spaß. Das, was beim Film so toll ist oder so schön ist, im Theater ist man ja sehr viel damit beschäftigt. Man hat eine tolle Probe, irgendwas funktioniert ganz toll, man findet was Neues. Und dann muss man das irgendwie alles zusammensetzen und wiederholbar machen und irgendwie es schaffen, das immer wieder neu zu erfinden. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wenn die letzte Vorstellung gespielt wurde, dann ist es einfach weg. Und das Tolle beim Film ist, dass es so unmittelbar ist, dass ich jeden Tag neue Situationen, neue Figuren, nicht neue Figuren, sondern neue Situationen, neue Szenen spiele. Und die werden in dem Moment gespielt und landen dann irgendwie auf einer mittlerweile Festplatte und sind dann irgendwie da. Und dann kann man das vergessen und dann spielt man die nächste Situation. Und das ist ein total schönes, wundervolles Erlebnis. Vor allem, wenn es eben in so einer Arbeit ist wie jetzt bei Spit, wo man als Spieler einfach so einen tollen Raum bekommt. Also so viel Vertrauen, so viel Zuspruch von der Regie, von der Produktion, von der Kamera. Das war wirklich ein krass, unglaublich gut vorbereitetes Team, sodass wir so viel Zeit hatten für das Spiel, für das, was so zwischen diesen Figuren passiert, das so zu entdecken. Das ist eine große Freude, finde ich. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das merkt man auch. Also wer Spitz sich anschaut, das tun hoffentlich viele. Das ist ein wahnsinnig intimes Porträt eurer beiden Figuren. Und ich finde diese Zärtlichkeit und diese Langsamkeit, ihr braucht auch gar nicht viele Worte, um diese Spannungen oder Nichtspannungen, wie auch immer man sie deuten mag, entwickeln zu lassen. Also das finde ich wirklich klasse. Toll, dass du den Weg vom Theater dann jetzt auch nochmal hier zum Film und zum Max-Offels-Preis genommen hast. Ich muss dich natürlich trotzdem fragen, jetzt wo du auch Regie geführt hast, wir haben es gerade gehört, Richard III., zieht es dich denn in diese Richtung? Und sehen wir dich jetzt vielleicht noch öfter beim Film? Ja, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das auch beides gleichzeitig und abwechselnd funktioniert. Also ich finde, gerade diese unterschiedlichen Dinge bereichern sich ja so unglaublich gegenseitig. Aber diese Dreherfahrung, du hast es ja gerade auch gesagt, Exit mit Sebastian, was wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis war, Spitz. Also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hat mir so großen Spaß gemacht und war wirklich so schön, dass ich da große Lust habe, noch weiterzuarbeiten. Ich habe jetzt aber auch angefangen, einen ersten eigenen Kurzfilm zu machen und so. Also ich hoffe so ein bisschen, dass man so alles machen kann. Super. Also wir hoffen, dass du dann auch mit deinen ersten Kurzfilm-Regiearbeit dann auch live hier beim Offels-Preis bist, dass wir dann in Lolas Bistro dann hoffentlich auch mal in echt wieder anstoßen können. Wir drücken dir wie allen anderen fünf erstmal die Daumen für den Preis und Dankeschön für diesen tollen Film, Spitz. Nochmal danke, Aram Zafreshian. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, bis bald. Und ja, im Nebenraum an der Bar steht schon wieder Alkohol und Simit Sadegi, die ein wunderbares Filmteam auch wieder hat mit dem Titel Mayor Shepard Widow Dragon. Und da fällt mir jetzt spontan keine Überleitung an. Wirklich? Haben wir es geschafft? An Tag was sind wir? Viel Vergnügen. Wow. Ja, vielen Dank auch für das spannende Gespräch. Also nochmal, um nachzufragen, Nachwuchsdarsteller. Unfassbar, was der für eine Erfahrung hat. Ja, toll. Also auch super spannender Typ. Ich bin gespannt für die Preisverleihung, die du hier moderierst. Genau, um das nochmal zu erwähnen. Ja, wir sprechen jetzt über Pirin. Pirin ist ein Bergdörfchen in Bulgarien und hat ein Frauenproblem. Denn dort gibt es so gut wie keine jungen Frauen. Nur Männer und ältere Damen wohnen da. Warum? Weil das Dorf nicht viel zu bieten hat, könnte man meinen. Dort geht aber die Sage um, dass ein Drache für das Verschwinden der Frauen verantwortlich ist. Und Grund genug war das für Elisa Petkova, mal genauer nachzuschauen. Du bist jetzt bei mir. Vielen Dank für den Dokumentarfilm. Ich sage nochmal den Namen Mayor Shepard Widow Dragon. Da ist auch der Drache schon drin. Und mitgebracht hat sie ihren Editor und Tonmann, sage ich mal so. Hannes Margett. Genau, schön, dass ihr beide da seid. Elisa, wie hast du das Dorf gefunden oder wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ich habe das Dorf ganz zufällig bei einer Wanderung entdeckt und habe mich sofort verliebt. Sowohl in den Menschen, auch in dem Ort. Und da kam ziemlich schnell das Bedürfnis, meinen ersten Langspielfilm dort zu drehen. Und während dieses Prozess hat mein Team zwei Monate verbracht mit den Einheimischen. Es sind viele Freundschaften entstanden. Da habe ich gemerkt, dass die Geschichten den wirklichen Menschen mich noch mehr interessieren, als die Fiktion einfach dort zu erzählen und das Dorf mehr oder weniger als Kulisse zu benutzen. Und so kam auch die Idee, einen Dokumentarfilm dort zu drehen. Und dann sind wir zurück und... Und los ging es. Aber war es tatsächlich so, wie ich mir das vorstelle, du bist da durchgewandert und dann auch gleich mit den Leuten ins Gespräch gekommen? Also klar, du bist selber aus Bulgarien. Die Sprache hilft dann auf jeden Fall mal. Aber waren sie alle gleich so, ja klar, wir erzählen dir alles? Die waren wahrscheinlich froh, dass einfach eine junge Frau da war, oder? Ja, tatsächlich sind die nicht gewohnt, dass Menschen in diesem Dorf landen, weil es liegt im Tal, es ist sehr abgeschieden. Und wenn man durch das Dorf fährt, fährt man in der Pampa. Also du hast keine anderen Anbindungsorte. Es gibt auch keine öffentlichen Verkehrsmittel, die dich hinführen. Daher ist es für sie schon sehr besonders, wenn unbekannte Gesichter dort auftauchen. Und die Menschen zeigen sich sehr gastfreundlich, wollen auch in Gespräch kommen, laden einen zu sich nach Hause ein. Und so entstehen halt eben die Verbindungen. Und es ist leichter vielleicht anzudocken und den Film zu drehen. Hannes, wie war das für dich, als du das erste Mal da warst? Ja, ich war das erste Mal auch da, als wir diesen Spielfilm gedreht haben zusammen. Und ich war schon oft davor in Bulgarien. Aber so ein tolles Dorf wie das, wo wirklich alte Traditionen noch gelebt werden, das habe ich nicht gesehen. Und es ist auch einfach ein wunderschönes Dorf mit ganz vielen alten Holzhäusern, die leider schon sehr zerfallen sind inzwischen. Aber es hat eine ganz einzigartige Atmosphäre. Stichwort Tradition hast du jetzt gerade mir sozusagen die Überleitung zu unserem ersten Filmausschnitt geliefert. Wir zeigen nämlich mal ein bisschen was, eine Tradition zumindest. Stichwort 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Großartige Bilder auch einfach. Lob an den Kameramann oder die Kamerafrau. Die Kamerafrau. Sehr, sehr gut. Also auch teilweise da jetzt die Schärfenverlagerung, dass man gesehen hat im Hintergrund, die Männer, die da so aufgereiht saßen. Was genau ist das hier für eine Tradition oder was war das für ein Fest? Das nennt sich Babinden und wörtlich übersetzt heißt es wie Oma-Tag. Ja, in Pirin ist jeden Tag Oma-Tag, habe ich das Gefühl. Tatsächlich haben sie einen Tag mehr, was der Oma-Tag ist und da verkleiden sich alle in traditionellen Trachten, die sich meistens geerbt haben von ihren Müttern und Großmüttern oder selbst gewebt haben. Und da werden Lieder gesungen, die tatsächlich nur in diesem Dorf auch zu finden sind. Kommen wir vielleicht auf das Grundproblem des Dorfes. Die jungen Leute ziehen weg, vor allem die Frauen. Wo gehen die denn alle hin? Bulgarien ist nach wie vor ein patriarchalisches Land. Das heißt, es ist üblich, dass die Frau zum Haus des Mannes hinzieht. Daher heiraten viele junge Frauen außerhalb des Dorfes oder ziehen in den Städten. Viele wandern auch tatsächlich in Westeuropa aus, wo sie halt für mehr Geld und mehr Möglichkeiten arbeiten können. Und so bleiben eher die Männer bei ihren Müttern im Dorf und bleiben auch unverheiratet, weil niemand mehr hinzieht. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, wenn man da nicht irgendwie, ich weiß nicht, Hannes, ob es dir auch so ging, wenn man da nicht Handys gesehen hat oder manchmal vielleicht so ein T-Shirt mit einem Logo drauf oder sogar einmal eine Mütze, wo was auf Deutsch drauf stand, dann hätte das auch einfach vor 100 Jahren sein können, oder? Absolut. Also irgendwie auch wie Landwirtschaft da betrieben wird, ist wie vor 100 Jahren. Die Flüge werden von Hand bedient, die Bohnen werden von Hand gedroschen. Also das ist ja, da hat sich nicht so viel getan. Und umso interessanter eben ist dann, finde ich, dieser Kontrast, dass man dann sieht, okay, die Leute sind doch alle auf Facebook. Ja, du machst das wirklich perfekt. Ich wollte nämlich jetzt wieder zum nächsten Ausschnitt rüberleiten. Und da sehen wir nämlich den Alltag, den du uns ganz, ganz viel zeigst, den Alltag der Dorfbewohner und Bewohnerin, bei der täglichen Arbeit auf dem Feld, beim Schafehüten oder wenn sie die Bohnen schälen. Die Bohnen schälen, die Bohnen schälen, die Bohnen schälen. Und wo na? Dann sind wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich. Ich gehe zu 30, bis 45. Und ich gehe auf jeden Fall. Und ich gehe mit dem Sublug. Ich gehe mit der Decke aus. Du musst die Spülung machen. Ich muss sagen, die beiden mag ich besonders gerne. Vor allem, er wohnt bei seiner Mutter, also Mutter und Sohn, muss man dazu sagen. Und ich finde, die Mutter ist so richtig schön abgeklärt. Wie hast du diese Leute da gefunden? Hast du dich einfach mit allen an einen Tisch gesetzt und dann so ausgeguckt, wen du dann nimmst? Oder hast du ein kleines Casting gemacht? Maria, die Mutter, hat tatsächlich in meinem ersten Spielfilm »Jaleca« eine wichtige Rolle gehabt. Und da ist sie mir schon als Person auch sehr tief aufgefallen und die Tiefe und die Geschichte mit sich bringt. Das war ziemlich klar, dass wenn wir einen Dokumentarfilm drehen, sie auch ein Protagonist von diesem Dokumentarfilm sein sollte. Also daher stand das eigentlich davor fest, noch bevor wir angefangen haben zu drehen. Und bei den anderen, also wir kommen ja richtig nah ran an die Leute. Also teilweise so, dass, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, aber am Ende stirbt halt einer der Protagonisten. Und ich war da wirklich berührt und habe halt gedacht, oh nein, wie sehr traurig macht mich das denn? Ich habe ihn so gut kennengelernt. Also wie hast du die Leute da ausgewählt aus dem Dorf? Oder kamen die zu dir? Ja, eigentlich nach so ziemlich einfachem Prinzip in Bulgarien sagt man, ein Dorf besteht aus einem Bürgermeister, einem Schäfer und einem Priester. Und da wir in diesem Dorf keinen Priester haben, es ist ein Priester, der immer wieder gekommen ist. Mittlerweile ist er auch gestorben, also mittlerweile haben sie auch diesen Priester nicht. Dann war die Witwe wie Stellvertreter für den Priester, also für die Religion und Tradition und der Bürgermeister und der Schäfer waren halt die. Und daher sind diese Personagen, diese Protagonisten, die Repräsentanten dieses Dorf, was verschwindet. Die Aufzählung steht für die Aufzählung des Verschwindens da. Und du hast dann den Drachen noch addiert, sozusagen. Ja. Der Film zeigt aber vor allem auch, und das hast du gerade gesagt, ein Dorf, was irgendwie verschwindet, also diese Strukturschwäche da in der Region. Warum gibt es da nichts? Die Region ist sehr arm und sehr abgeschieden. Dort gibt es keine Industrie, keine Ausbildungsmöglichkeiten. Das bringt dazu, dass alle jungen Generationen ausfallen und durch die schlechte Infrastruktur und wirtschaftliche Lage, es gibt auch keine ärztliche Versorgung. Das heißt, die Menschen sterben eher als in den Städten und auch an harmloseren Krankheiten. Ja, leider. Und daher. Der Bürgermeister von Perrin will das ändern. Der hat eine sehr große Rolle in deinem Film. Der will das zu einem Touristenmagneten machen. Ich fand das schon, manchmal musste ich schon ein bisschen lachen, was die so für Ideen hatten, wo die gesagt haben, wir machen das und das. Und dann können die zu der Quelle gehen und hier noch der Fluss und dann kommen die Touristen schon. Also tue ich dem Bürgermeister damit Unrecht, dass ich da ein bisschen drüber lache oder ist dir das auch so gegangen? Ja, ich finde es auch ein bisschen witzig, aber irgendwie auch sehr faszinierend, weil er tatsächlich etwas tut. Er nimmt so seine Ziele ernst und macht alles, was im Rahmen seiner Möglichkeiten ist, dass dieses Dorf etwas belebter wird. Er feiert Feste, er betreibt unglaublichen Facebook-Marketing für das Dorf und er schafft es tatsächlich, dass immer wieder Fernsehteams da hingehen, am Oma-Tag filmen und Gäste kommen, auch wenn es nur für ein paar Stunden Ausflug ist. Aber ich weiß es nicht, ob er tatsächlich schafft, dass das Dorf halt erneuert wird, aber das Interesse ist, seitdem er Bürgermeister ist, am Dorf auf jeden Fall gewachsen. Meinst du denn, das wird tatsächlich auch was, dass das mal irgendwann zu einem Touristenmagneten wird? Das glaube ich eher nicht, aber ich wünsche ihm das vom ganzen Herzen, weil das Dorf hat es verdient, auf jeden Fall. Ja, er ist auch noch so süß und sucht ja nebenbei auch noch eine Frau, was ja schwierig ist, wenn du in einem Dorf lebst, wo es halt keine jungen Frauen gibt. Und er sucht vor allem im Internet, hat dann auch irgendwann eine, mit der er da so ein bisschen hin und her schreibt und wirklich ganz zauberhaft, wie er sich da bemüht. Verrat mal, hat er es geschafft? Hat er eine Frau gefunden? Ja, sie waren zusammen und jetzt hat er aber jemand anderen. Also da geht was. Da geht was. Okay. Eine weitere große Stärke von deinem Film ist, du zeigst uns da die Langeweile in diesem Dorf zwischendrin auch sehr, sehr gut. Also allein von den Bildern her, wir haben ganz oft so sehr lange stehende Sequenzen, wo du einfach mal es hast weiterlaufen lassen, wo man einfach sieht, wie die da warten. Ich glaube, die Maria war es, die gesagt hat, es gibt nie was Neues in dem Dorf. Alle beschweren sich da ja auch so ein bisschen drüber. Warum wolltest du auch, dass Langeweile jetzt gar nicht im negativen Sinne, dass das auch so eine große Rolle in deinem Film einnimmt? Für mich fühlt sich das als der ganz natürliche Rhythmus, mit dem man diesen Menschen zuschaut. Weil wenn man jetzt versuchen würde, auf Spannung zu schneiden und eine künstliche Hektik zu erzeugen, das würde deren Alltag oder deren Lebensweise gar nicht gerecht. Und ja, und schien von vornherein, dass diese nüchterne Betrachtung, wo auch die Bilder atmen können, das Richtige ist für diese Geschichte und für diesen Ort und Menschen. Also so eine Art Tristesse, die man da manchmal auch sieht. Und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, nicht mal bei Rubbellosen haben die Dorfbewohner Glück. Wenn Rubbellose aufgerubbelt und das selbst, das ist eine Niete. Obwohl ich nicht sagen würde, dass in Perin zu wohnen unbedingt die Niete ist. Was würdest du dazu sagen, Hannes? Naja, da wohnen würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber irgendwann. Wir waren jetzt schon wirklich wahnsinnig oft in dem Dorf und es ist immer wieder so toll, da hinzukommen, weil wir auch ganz herzlich empfangen werden, dadurch, dass wir, ich weiß nicht, wie oft wir da waren. Wie lange habt ihr gedreht? Wir haben an dem Film dreieinhalb Jahre, glaube ich, gedreht. Genau, sind halt alle paar Monate mal hingefahren. Ich glaube, wir waren inzwischen wahrscheinlich 15 Mal in dem Dorf oder so. Und ja, wir werden ganz herzlich begrüßt und sind irgendwie dann auch innerhalb eines Tages wirklich Teil der Dorfgemeinschaft. Wir sind dann integriert, werden von einem zum anderen geschickt, uns werden Geschenke gemacht, wo man dann auch immer denkt, das kann ich jetzt nicht annehmen. Aber soll ich euch mal was sagen? Nachdem ich das gesehen habe und ich habe sowieso noch mal vor, irgendwann so Richtung Bulgarien und sowas zum Wandern in den Urlaub zu fahren, ich könnte mir vorstellen, dass ich da mal vorbei wandere. Oh, das ist schön. Ja, und ich glaube, das bewirkt er nämlich auch mit diesem Film, weil man halt dieses Dorf nicht als negatives wahrnimmt, sondern einfach auch als was Schönes mit sehr, sehr freundlichen, aufgeschlossenen Menschen. Also das heißt, eigentlich ist dein Film oder euer Film ist das beste Aushängeschild. Nimmt die Geschenke an. Wie geht es Perin heute? Kannst du das noch kurz sagen? Naja, leider nicht so gut. Die Bevölkerung ist ja ziemlich alt und durch die pandemische Lage sind tatsächlich auch viele Menschen an Covid gestorben, weil es gibt keine Krankenhäuser in der Nähe und keine herzliche Verpflegung. Und es ist leider immer so, dass wenn wir zurückkommen im Dorf, da sind wieder fünf, sechs Freunde, nicht mehr unter den Lebenden, auch Menschen, die sehr aktiv an unseren Filmprojekten mitgearbeitet haben. Und ja, wenn es weiter so geht, zehn bis 15 Jahre ist dieser Ort ein Geisterort und ich hoffe nicht, dass es wirklich dazu kommt. Aber es sieht bisher danach aus. Oje, also noch schnell hinfahren und den Traum des Bürgermeisters wahr machen, dass Perin ein Touristenort wird. Ja, oder sonst, falls Sie eine Frau sind auf der Suche nach einem Mann. Also da gibt es ein paar. Die sind auch alle gar nicht so schlecht, kann man sagen. Also, wir sind beim Film, beim Dokumentarfilm, im Dokumentarfilmwettbewerb Mayer, Shepard, Widow, Dragon. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr diesen Film mitgebracht habt. Schauen Sie sich den Film an, er lohnt sich auf jeden Fall. Ich drücke euch die Daumen für die Preisverleihung. Und Sonja sitzt da drüben. Genau, wir sind noch gar nicht gerüstet, wir haben die Masken noch gar nicht unter. Das machen wir mal erst kurz vorher. Mit zwei Gästen. Genau so ist es. Und wir haben einen Kurzfilm, der heißt, wenn in einer Winternacht zwei Reisende. Stimmt. So heißt er. Da kommt nichts mehr. Das ist so. Frage ich auch gleich. Sarah Sommer, die Regisseurin, die bei mir ist. Und ihr Bruder Robin Sommer ist auch da. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen beim Festival Works Office Preis. Sarah Sommer, den Namen, den könnte vielleicht der eine oder die andere von euch schon mal gehört haben. Denn sie war 2019 bei der Berlinale im Forum mit einem Spielfilm, The Last to See Them auf italienisch. Hätte ich nicht so schön sagen können. Und da geht es um eine Familie in Italien, die bereitet sich auf die Hochzeit der Tochter vor, nicht wissend, dass sie gerade den letzten Tag in ihrem Leben erlebt. Die ZuschauerInnen wissen das aber. Also es war ein ganz spannender Film, ganz, ganz interessanter Film, der auch sehr erfolgreich auf Festivals gelaufen ist. Deswegen erwähne ich das nur mal, weil dann wissen vielleicht manche dann auch schon mal, ah, die ist das. Genau, jetzt hier aber mit einem Film beim Filmfestival Max Ophuls Preis, der dagegen eher sowas wie eine kleine Fingerübung ist. Wenn in einer Winternacht zwei Reisende, da geht es um einen Vater und der ist mit seiner Tochter in einem klapprigen Auto unterwegs, bremst ganz plötzlich. Das Auto kommt nicht mehr hoch, wirkt ab und ist kaputt. Und das ist die Gelegenheit für einen gelangweilten Polizisten in der Nacht. Gruppe, ich habe einen erwischt. Auch noch eine alte Schrottkarre. Jetzt gibt es Ärger. Heinz, was sagt eine Kuh zum Polizisten? Heinz? Scheiße, Alter. Was ist da plötzlich aufgetaucht? Was ist da plötzlich aufgetaucht? So, we now have to, we want to switch to English because Robin, he doesn't speak German very well, not as good as in the movie. It's all a lie. It's all a lie. That's cinema, I mean. That's all make-believe. So, the initial idea for that story, the starting point, was a personal story. You traveling with your dad, isn't it? Yes, actually, it was. Yes, I mean, the story, I'd like to say, really happened. Even though, of course, it didn't in the same way we tell it. But I am the little girl who sleeps at the back of the car, the five-year-old. And my dad was the dad driving this car, and we were really stopped by a rather strict police officer. And a bit of magic did happen, actually. Okay. So, is that the reason why you casted your brother for that role? Well, yes, partially, of course. I mean, you know, the film, in a way, is, I mean, it's a bit of an homage, somehow, to my dad, to our dad. It's a film that I made, but which I think he would have wanted to make, because the reason why I made it is, somehow, it comes from, I don't remember the original event. But he used to tell me about this little encounter we'd had, because I was really sleeping at the time. And he always told it in a very visual way. So that you have the feeling that you really were... I could see it again, and the whole story was sort of unraveling in front of my eyes. And somehow, I think he always mentioned, I mean, my dad, our dad was a theater director. Okay. And I think he, somehow, he could envision it as a short film, and it never happened. But, yeah, we did it for him, somehow. And, yeah, I mean, because he's not here anymore, and can't tell the story. That was kind of emotional, I can imagine, for you, too, wasn't it? Emotional, yes. Yes, absolutely. It was also always a little strange, I guess, to feel like I was, in some way, acting for my father, you know, as my father. Although, I mean, the character has been, you know, fictionalized and you... Exactly. That's why it was true, but not completely, because it is inspired with the story that really happened, but it is not the exact story, so it's always different, so I was not exactly him, of course. But it was emotional, also, because the kind of poetry, because it is, in some way, poetic, I think, this movie. The kind of poetry that is at the heart, in the heart of the short film, is the one my father had. Okay, he was a storyteller, too. Yes, most definitely. You don't speak German. I'm sorry. But you do, you do in the film. How did you manage? Well, I, as I said before, when I was a child, I really enjoyed imitating people or languages, also. So, I guess it's kind of easy for me, since I've been practicing since I was a child, to pretend that I can speak a language that I don't speak. Also, my father actually used to work with a theater director, also, before, that invented this kind of technique where you can pretend that you're talking a language, that you're speaking a language that you have absolutely no idea of, you know, just pretend to. It's called Gramlot, Gramlot in Italian. And, so, I guess that also helped in some way, you know. So, I just learned the language by heart. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber nicht so gut. So, but that worked out. I mean, we can see another outtake. He also, he didn't only have to learn the language by heart, but he had to train to fake an Italian accent in German, because his natural accent wouldn't be Italian. It's more, it tends more toward French, because we're French and Italian. And, so, he had to be trained and coached. So, did you have a trainer for that? A friend of ours, who is Italian and speaks German fluently and has a very nice Italian accent, we asked her to coach him. Okay, so now we really have to see how that worked out. Am nächsten Morgen merke ich, dass meine Taschenlampe nicht mehr da ist. Ich rufe laut, um die Oma zu wecken. Aber niemand antwortet. Es gibt auch keine Spur von einem Feuer im Kamin. Stattdessen sind Spinnennütze. Die Kirsche ist komplett leer. Und auch die Schaukelstuhl ist weg. Ich renne raus und zu der Fontäne, wo die Alten immer sitzen. Die alte Frau von gestern ist nirgendwo zu finden. Also, ich will nachfragen. Aber plötzlich fangen die Kirchenklot zu läuten. Nicht für die Uhrzeit, sondern für ein Bertilow. Das war sehr kompliziert. Ah, wow. So we can continue in German. Ja, ja, ja. Wir können. So this is actually the story he's telling. It's the second story in the film. And the second ghost story, kind of. But we won't tell too much. But that was a given subject. That it had to be a ghost story, wasn't it? Yes, I mean, the film has been made in co-production with the RBB. And they had set sort of a topic, which was urban ghost stories. And I wrote the film. I mean, I adapted our original story, thinking of that theme, obviously, and sort of trying to twist it in that direction. So, yes, so it's set in a long night in this sort of ghost-like city that seems to be completely empty. Yeah. And, yeah, so. But you created a creepy atmosphere just by, not by jump cuts or any, it's not by the visual effects or pictures, but by music and sounds. We heard the sounds. How did you create the sound? I mean, you know, I worked together with my sound designer and my composer very tightly to get to this result. But the idea was already in the script. It wasn't really clear how it was going to actually work because it had to start, you know, there's this initial sound that throws them into this trip through the night. And I always described it in the script as sort of this, I don't know, something extremely, yeah, scary, but also not really, I mean, something that had to be scary enough to move them to move in that direction, but at the same time, something that was still halfway believable as something real, but that would then, you know, evolve and develop into some sort of a sound monster or something like that because the film develops itself into this more sort of fantagorical direction. Yeah, exactly. It's not a horror movie. It's rather a fairy tale, creepy. magical thing. Something like that. I like the atmosphere that you managed to create, and I like the twist at the end, but I won't tell. But just one last thing, I have to mention it. You're not an actor, actually, that's not your main... My main job. Not your main job, but you create masks, and not that kind of mask that we all love and hate. Where is it? That one? The opposite of that. No, the opposite. Yeah. You're really like Venetian or Venetian-inspired, wooden... Yes. It's leather, actually. It's leather. Mainly, yes. Okay, I saw the picture. I thought it was... Yeah, you can... It's difficult to guess with the image because it looks a bit like wood, but no, it's mainly leather. It's a tradition from Italy called Commedia dell'arte, and so my father, who was a theater director, was also a mask maker before that, and a puppeteer, and so he passed me this tradition. It was my choice to go with this. So I studied theater. I studied acting also when I was a child with my father, with my mom, actually, also with some theater schools, and I went to very specific artistic schools. But, yes, my main job is mask making, mask creating. I think... The theater. You should do something with that, and film, and with those masks. I was really impressed. So, thank you for coming here and presenting your short film. Thank you very much. I'm very happy to be here. It's a great opportunity for the film. Yeah. I'm keeping my fingers crushed. Gehen Sie mal, geben Sie einfach mal in Google ein Robins-Summer und Maske oder einfach nur Masken. Sie werden es finden. Es ist in Neapel und sehr faszinierend. Wirklich noch ein Tipp ganz zum Schluss. Ich gebe jetzt weiter an Urs. Der steht an der Bar und hat Oliver Hottung zugeschaltet. Ja, vielen Dank, liebe Sonja. Und bevor Oliver Hottung tatsächlich zugeschaltet ist, haben wir Johann Kunz noch einmal in die saarländischen Kinos geschickt, um einen kleinen Einblick zu erhalten, was dort eigentlich gerade passiert. Sind dort viele Menschen und wie finden die das Ganze? Gerade bei Max Ofels Preis. Dezentral und Hybrid. Also, Mats ab. Das Cine Star am späten Mittag. Das Max Ofels Programm um 15 Uhr kann gleich starten. Davor aber noch Tickets und Impfstatus kontrollieren. Für die Zuschauer heißt es dann Platz nehmen im Kinosaal. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist das für viele ein besonderer Moment, aber mit gemischten Gefühlen. Letztes Jahr war ich sehr traurig, dass es überhaupt nicht stattgefunden hat und will jetzt einfach mal genesen, hier zu sein. Wir waren gestern zum ersten Mal und es war ein sehr komisches Gefühl, wieder im Kino zu sein. Ich habe es irgendwie schon länger nicht gemacht eben und es war total auf einmal so, wow, krass, auf einer großen Leinwand was zu sehen und auch was zu sehen, was andere zum ersten Mal sehen. Das war irgendwie auch ein ganz tolles Gefühl, mit anderen Leuten zusammen. Ja, es ist vor allem die fehlende Feststimmung, Festivalstimmung, die fehlt halt. Und dass man halt, wenn man draußen fuhr, früher hat man halt draußen immer Menschen getroffen, hat in denen geredet, hat sich ausgetauscht, hat Künstler, Filmschaffende gesehen. Wir hatten auch schon mal so dieses Bett für Filmschaffende gemacht. Da waren also, haben bei uns welche gewohnt. Diese ganzen Sachen fallen halt flach und das ist schon ein bisschen deprimierend. Das war ein ganz anderer Betrieb, andere Stimmung und ich bin auch ein bisschen erstaunt, wie wenig Leute jetzt überhaupt das nutzen, ins Kino zu gehen. Wir machen das seit Jahren zusammen und macht unheimlich Spaß. Hier einfach mal zwei, drei Tage, nur Kino pur und gerade die Wettbewerbfilme sind halt unheimlich interessant. Max Ofhüls ist unser Steckenpferd, machen wir jedes Jahr. Ich trage da immer schon im Jahr vorher einen Urlaub ein in der Woche, damit ich frei kriege. Und wie schaut es in den anderen Kinos aus? Das Kino 8,5 kommt bei der 18 Uhr Vorstellung auf sechs Reservierungen. Die große Festivalstimmung bleibt hier etwas aus. Das ist dieses Jahr schön, dass man dann mal im Kino kommen kann und ich finde auch, so einen Film muss man im Kino sehen. Das gehört dazu. Das ist heute ein bisschen schade, dass wenig Leute da sind. Das Publikum fehlt ein bisschen, die besondere Atmosphäre vom Ofhüls. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist mein erster Film. Ich habe leider den Eröffnungsfilm am Sonntagabend verpasst und bin jetzt ganz aufgeregt und ein bisschen schade, dass nicht so viele Leute da sind jetzt. Gestreamt sehe ich mir gar nichts an. Da habe ich etwas die Nase voll von. Für mich ist Kino einfach was Besonderes und ich finde das wirklich sehr schön, noch mal ins Kino gehen zu können. Und wir wissen ja nicht, ob das noch mal für ein paar Wochen unterbrochen werden wird. Deswegen möchte ich auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen. Die Kinowerkstatt in St. Ingbert. Um 20.30 Uhr läuft hier der letzte Ofhüls-Film am Tag in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre. Ich freue mich hier total, auf dem Sofa zu sitzen. Wie früher halt in der Kinowerkstatt, die gibt es ja schon ewig lange. Es hat sich ja sehr verändert im Laufe der Jahre. Und das ist jetzt hier im Rahmen der Pandemie Alternative. Es fehlt so ein bisschen das Flair. Die Gespräche halt mit den Schauspielern, Regisseure oder mit dem Publikum. Es ist halt nicht so besucht wie in Saarbrücken jetzt beispielsweise. Es wäre sie doch dankbar, dass es jetzt überhaupt weitergeht. Ich finde es mal gut, dass man mal wieder so etwas machen kann. Ich finde es auch einfach schön, dass wir auch so schöne Plätze haben und dass es auch trotz Corona irgendwie möglich ist, noch mal so etwas zu machen. Deswegen bin ich, also ich bin einfach froh, dass es jetzt geklappt hat. Zu guter Letzt muss nur noch das Streaming klappen. Das hat es, also Licht aus und Film ab. Ja, das Streaming klappt und natürlich auch unser Festivalfunk klappt ganz wunderbar. Und einer derjenigen, die das zu verantworten haben, dass das hier überhaupt stattfindet, das ist Oliver Hortong vom Saarländischen Rundfunk. Und der ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, lieber Olli. Wir vermissen dich hier. Ich vermisse euch noch viel, viel mehr. Hey, oh Gott. Hallo. Ja, eine kleine Überraschung für dich. Ich habe meine Maske noch auf. Ja. Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Genau, aber wir überlassen das Feld jetzt. Ach so, ja, genau. Wie geht es dir? Ja, eben. Ja, mir geht es wirklich ganz gut. Ich hatte die ersten drei Tage so eine relativ gut spürbare Erkältung und das war es. Also der Rest ist so ein leichter Schwurbel. Ansonsten sitzt man da in seiner Gummizelle, hat einen prototipen Test und hat nichts. Also es ist jetzt jammern auf höchstem Niveau. Ich meine, ich mache ja dann meine eigene Festivalparty. Aber man sieht es. Man sieht es. Voll geil. Ich bin richtig neidisch, Oliver. Die Nachfrage ist ja berechtigt. Und es ist nicht so, dass man jeden Tag jetzt von so einer Infektion denkt, das wird schon gut gehen. Aber es ist wirklich, da muss man sagen, ich habe das jetzt streng nach Drosten abgefeiert. Also es war nichts. Es geht gut. Dankeschön. Wir reden gleich noch weiter, was das alles zu bedeuten hat mit deiner Corona-Infektion. Aber du hast die Zeit gehabt, was für eine Tasse übrigens. Genau. Du hast die Zeit gehabt, hier den kompletten Festival Funk einmal zu schauen. Vielleicht eine erste fundierte Kritik, wo die drei KollegInnen hier gerade bei mir stehen. Also ich muss ja so ein bisschen meinen tiefgrünen Neid rausrechnen, weil ich so gern bei euch wäre. Das Erste, was mir auch... Also es sieht wahnsinnig gut aus, das ganze Setting, muss man sagen, da machen wir allen in Deutschland die Nase lang. Und vor allem Lob an die Maske. Ihr seht wahnsinnig gut aus. Also ihr seht so gut aus, wie ich wirklich lebe. Ich sehe noch nie. Ihr seht wirklich, ihr seid so schön. Wirklich. Also es ist aufgefahren. Nicht übergeschminkt oder sowas. Und ansonsten bin ich ein wirklich dankbarer täglicher Zuschauer. Ich passe ein bisschen auf bei den Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Da schalte ich mich weg, weil das freut mir eben... Spoiler-Gefahr. Genau. Wir sind ja gerade aktuell am Gucken. Ich eben online, die beiden anderen Jury-Kollegen gucken schon wirklich ein Kino. Night Factor Nummer zwei. Aber ansonsten, ich will nicht sagen, ich bin stolz, weil sehr viele Sachen von diesem Testbildfunk, so wie er jetzt abläuft, gehen ja auf das Konto anderer Leute. Also bei Ofels gibt es da ja auch ein paar Masterminds. Und dann Sabine, eure Redakteurin im Hintergrund, die macht da Sachen möglich, von denen ich gar nicht wusste, dass die technisch überhaupt gehen. Was ihr da vor der Kamera dahin legt... Ja, wir fliegen ja auch ab und zu mal so durchs Studio oder so. Ich frage mich natürlich, ob ihr irgendwie ab Minute 30 alle Hacke seid, bei dem, was ihr da immer dann in euch reingeht. Ja, kann man so sagen. Aber wir trinken ja auch vor. Und für dich mit. Know-how ist Know-how. Aber von daher, also wirklich, es ist eine Freude, das zu sehen. Wirklich. Große Freude auch, dass du jetzt da bist. Ich sage mal, danke an euch drei. Ihr habt noch mehr. Tschüss, Oli. Juni, ihr müsst nicht den Pegel halten, aber euch auf die Gäste vorbereiten. Also bitte. Danke euch. Ja, lieber Oli, Mensch, ihr habt das von langer Hand geplant. Es ging los, direkt nach dem letzten Festival Funk eigentlich, dass ihr da schon Pläne geschmiedet habt. Ich habe gehört, sogar groß mit Publikum eigentlich. Genau, wir wollten euch eigentlich alle mitten ins Getümmel werfen. Also sprich, das ist so wie so ein kleines Aquarium, wo auf der einen Seite eben wirklich Filmtalks mit Gehalt rauskommen, also so wie jetzt auch bei euch, aber eben, dass die Leute auch mal sehen können, wie so dieses mediale Gefuppel da abläuft, also wie sowas gemacht wird heutzutage. Und das wäre dann die perfekte Verschmelzung von eben eurem Setting und diesem ansonsten ja extrem zahlreichen Osel-Publikum gewesen. Aber Mangelsfaktor B gibt es eben nur euch, das aber dann kondensiert und in der Qualität, in der wir es eben jeden Tag erleben können. Aber wir nähern uns an. Letztes Jahr waren alle Gäste zugeschaltet. Jetzt sind zumindest die Filmgäste live vor Ort. Und ich würde sagen, nächstes Jahr dann das Publikum. Dann haben wir so diese Dreistufigkeit. So macht man das ja bei so langfristigen Projekten. Aber sag mal, das hat dich natürlich jetzt zum blödesten möglichen Zeitpunkt erwischt. Man muss dazu sagen, du bist geboostert und du hast jetzt deinen zweiten Impfdurchbruch und das auch noch zwei Tage vor Festivalbeginn erlebt. Ja, ich bin tatsächlich 5G. Wirklich. Also nachgezählt. Ich habe fünf Immunisierungsereignisse jetzt hinter mir. Also wenn ich hier rauskomme, dann habe ich Superkräfte. Aber ich bin halt noch hier. Was soll ich machen? Ja, man macht natürlich einen Witz nach dem anderen. Das ist das Beste, was man machen kann. Aber als ich dann letzten Freitag dann bin, als dieser blöde, weite, rote Streifen da war. Und ich sage, man zeigt das natürlich rum, sagt, da ist doch nichts. Und alle sagen, doch, da ist was. Das ist natürlich nicht unbedingt der Lieblingsmoment. Und das natürlich ausgerechnet jetzt. Aber das ist natürlich der große Vorteil eines hybriden Festivals. Dann wird halt auch der Juror-Hybrid der eine. Während die anderen da auf dem Festival Spaß haben und Essen gehen und Filme gucken im Kino. Genau. Also Drehbuch, Jury, da bist du dabei, schon seit vielen Jahren. Weil es ist ja auch der Fritz-Raff-Drehbuchpreis und der Saarländische Rundfunk ist da sehr, sehr stark dabei. Und du bist ja quasi zuständig für Filmjournalismus bei euch im Haus. Richtig. Das ist so. Es gibt ja keine eigene Filmredaktion mehr. Und dann versammelt sich das eben auf den Schreibtischen derer, die sich halt fürs Kino so erwärmen können. Und bei mir ist das jetzt vom Studium her von Haus aus und von meiner Biografie her eben so Kino, das große Ding. Und so habe ich mich dann auf diesem Drehbuch angenehrt, was jetzt über die Jahre ein hochinteressanter Gegenstand ist, da zu gucken, wie schreiben die das und wie verfilmen die das. Das macht großen Spaß. Wobei ich natürlich noch nicht die Bohne-Ahnung habe, die jetzt meine anderen Jurymitglieder in diesem Jahrgang ticken. Aber wir haben morgen die ersten Besprechungen und dann werden wir sehen. Genau. Also vielleicht noch mal zur Erklärung für alle, die das nicht so kennen, ihr lest zuerst die Bücher und dann schaut ihr die Filme und auf der Basis von beidem entscheidet ihr, wer den Preis kriegt. Genau, genau. Geht es da um die bestmögliche Umsetzung des Geschriebenen oder was ist da der Faktor? Der Faktor ist tatsächlich, wie weit die Autorenschaft, also sozusagen das Autorenhafte rund um das eigentliche Drehen, also meistens ist es ja dann vorgeschaltet, also erst wird das Buch geschrieben, dann wird das verfilmt, wie weit das so ein Film tragen kann. Und das kann einen Film natürlich tragen, in dem es ein sehr, sehr festes Rückgrat für den Film bildet und man das eigentlich so runterverfilmen kann, ein bisschen runterkürzen, ein bisschen schneiden, ein paar schöne Bilder oder sowas. Es kann aber genau das Gegenteil sein, dass ein Buch eine Qualität hat, die da lautet, man öffnet sich eigentlich den Dreharbeiten gegenüber und bietet so einen Steinbruch für etwas, was eigentlich dann nach der Montage, also in der Post-Production, nochmal was Drittes ergibt. Auch das kann eine Qualität eines Drehbuchs sein, eben diese ganz besondere Offenheit. Also man merkt, da spricht wirklich der fundierte Experte und ja, woher kommt das denn eigentlich? Also du hast, soweit ich das weiß, Germanistik und Musikwissenschaft studiert. Ja, bei uns, das Schöne an der Uni des Saarlandes war es damals so, das war ja noch die alte Stufe in Ordnung, ich bin ja Magister, dass es da wohl mehrere in der Professorenriege mehrere Leute gab, die auch für Filme gebrannt haben, obwohl sie also eigentlich von der Literatur kommen und so wurde also unter der Hand da so ein filmwissenschaftliches Studium angeboten und das habe ich natürlich, da ich damals schon zum Kino brannte, angenommen, bis zum geht nicht mehr, also ich habe da wirklich alles besucht und habe auch eine Abschlussarbeit in die Richtung gemacht und aber wobei man sagen muss, Film kennen tut man durch Film gucken, man muss ganz viel, man muss nicht, also man darf ganz viel sehen, man muss Filme sehen, Filme sehen, Filme sehen, sich einen Kopf machen, das ist besser als jede graue Theorie, die da akademisch vermittelt werden kann. Absolut und zwar die gesamte Filmgeschichte am besten, also dann quer durch die Bank und natürlich jetzt beim Max-Uffels-Preis, was sich so tut in der ganzen Breite. Gibt es denn so ein Gefühl dafür, hat sich jetzt schon so ein, ich sage mal salopp Corona-Genre entwickelt aus deiner Sicht? Ich habe in einigen Büchern das Wort gelesen und es gab auch irgendwo, wurde auch mal gesagt, das Tragen von Masken erwähnt, ob das sich nachher auf der Leinwand zeigt, weiß ich nicht. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das, was diese Pandemie mit uns macht, mit unserer Gesellschaft macht, das ist ja jetzt nicht so gerade von schlechten Eltern, dass sich das nicht vielleicht direkt jetzt, aber in den nächsten Jahren sehr stark in den Filmen niederschlagen wird. Vielleicht nicht wörtlich, weil Film ist ja auch ein transzendentes Medium, aber, aber, also ich meine, es ist eine Katastrophe, es ist eine große, globale Katastrophe und so etwas wird in der Regel gerade bei jungen, engagierten Filmemacherinnen, Filmemachern sofort aufgegriffen, also ganz klar. Dazu passt vielleicht auch, du hast mal ein Seminar gehalten, selber als Dozent und das beschäftigt sich mit dem Horrorfilm. Ist das das Schauere dieser Zeit? Ich bin gar kein Horrorgucker und das war eigentlich nur ein Trick, das hieß Architippen des Horrorfilms, also das ging dann mit Nosferatu los und dann ist da irgendwie auch Godzilla durch mein Seminar dann gegeistert und so weiter, aber ich bin eigentlich gar kein Horrorgucker, kann mich aber erinnern, da hinten links in der Ecke saßen immer die Horrorfilmgucker, die ganz harten, die Mädels und Jungs, ja, und wenn du Horrorfilmgucker in so einem Seminar hast, dann hast du gewonnen, weil tatsächlich, die gucken viel und die haben so ein Filmwissen, so ein Gespür für das, was Film mit jemandem machen kann, denn wo, wenn nicht im Horrorgenre, dass das eine große Freude war, mit denen zu arbeiten. Klasse. Ich habe gehört, jetzt zu langsam gibt es auch immer mehr Möglichkeiten, um selber dann auch mal was zu gestalten. Also ich sage mal so, digitale Formate bieten auch neue Wege für euch hier im SR und man munkelt, du sitzt an einer Webserie. Das ist richtig, das ist gar kein Gemunkel. Ich betreue tatsächlich, also ich bin sozusagen auf die andere Seite gegangen, also nicht mehr jetzt zu sagen Filmjournalistisch, sondern tatsächlich Filmproduzieren. Das macht ja sonst normalerweise jemand anderes bei uns beim Rundfunk Christian Bauer, der den Tatorten weiter betreut. Aber da gehe ich quasi sozusagen mal in die digitale Welt, mit einem sehr talentierten, freundlichen Regisseur, eine sechsteilige Webserie. In gewisser Weise, Urs, ist ja das, was wir hier machen, also das, wo du sitzt, ja auch so ein digitales Projekt, an dem ich die Ehre habe, teilnehmen zu dürfen, unter anderem. Und das ist natürlich toll, diese neuen Spielwiesen auszuprobieren, also diese vermeintliche Erfahrung, die man über all die Jahre gemacht hat, zu transportieren in solche Medien und zu gucken, wo unterscheiden sie sich und wo kann man eigentlich das gute alte Handwerk auch noch zum Einsatz bringen. Also wir sind sehr gespannt. Ich weiß, du darfst noch nichts darüber sagen, aber sechsteilig habe ich gehört. Ja, ich darf nur eins verraten, am Ende wird nicht geheiratet. Und kein Horror. Ah, okay. Wir lassen es mal offen. Aber das Gegenteil von Horror, es scheint die Möglichkeit auf ein Happy End zu geben, was deine Corona-Situation jetzt angeht. Eventuell sind deine zehn Tage rechtzeitig um, damit es noch eine Jury-Entscheidung fallen kann, ne? Ja, ich hoffe, dass ich die doch persönlich treffen sollte. Wenn du sagst Happy End, es scheint eine Möglichkeit auf ein Happy End zu geben, würde ich mich auch fragen, was wäre denn das Gegenteil? Bitte schön, ja. Aber nein, also ich gehe natürlich nicht positiv getestet aus dem Haus, aber nach Lauterbachs Regeln endet das eben nach zehn Tagen. Und da fahre ich wiederum streng nach Lauterbach, gerne. Das wäre also am Montag, aber toi, 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 ich muss mich erst mal dann negativ testen. Also ein Glück, dass wir das Festival dieses Jahr verlängert haben, damit du eben auch tatsächlich hoffentlich dann noch rechtzeitig, zumindest zum Abschluss, in Präsenz hier sein kannst und eine tolle Entscheidung triffst. Es ist eine große Freude, dass du jetzt zumindest auf diesem Wege uns zugeschaltet warst. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder live in Lola's Bistro. Danke, Oliver Rottung. Danke dir. Bis denn. Und ja, gegenüber Karl sitzt wieder in der Lounge und hat zwei Gäste, und zwar vom Film Oberheim. So ist es. Und dieser Film ist, glaube ich, nicht weniger als eine atemberaubende Reise ins Weltall, aber es ist keine ganz klassische Reise und es ist auch kein ganz klassisches Erzählkino, was Juri Höpfner, der Regisseur, und Leon Harms, der Producer, zumindest zwei Vertreter dieses Films, die dankenswerterweise in den Festivalfunk gekommen sind. Gehst du so weit mal, vielleicht das als kleine Warmbox-Frage, damit d'accord, damit einverstanden, dass das eine Reise ins Weltall ist. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Reise ins Weltall. Es ist vielleicht noch mehr als das, aber es ist nichts falsch daran zu sagen, es ist eine Reise ins Weltall. Es ist, genau, ja. Ich bin so auf leisen Sohlen unterwegs und taste mich so vor. Ich habe gesagt, es ist kein klassisches Erzählkino. Ihr begeht diese, weil da sicherlich eben auch viele Interpretationsansätze möglich sind. Was du gemacht hast, du hast Martin Nicole Rogina, eine Medien, eine Künstlerin begleitet, die quasi versucht, selbst in diese Richtung zu gehen. Sie selbst versucht, sich auf die Reise ins Weltall zu begehen. Und da ahnen sie es schon, und das haben wir an dieser Stelle auch schon häufig diskutiert in diesem Festival, es ist eine hybride Form, es ist kein kein klassisch-fiktionaler Kurzfilm, sondern es ist ein, hat eben auch ein dokumentarisches Element. Und diese Reise findet natürlich nicht gegenständlich statt, sondern ihr erzählt sie, wie erzählt ihr sie? Lass dich das einfach erklären. Ja, wir haben uns überlegt, den Film relativ klassisch zu starten und dass man erstmal die Erwartungen in diese Richtung legt. Und genau, es geht ja dann darum, dass sie in so einen genannten sensorischen Deprivationstank steigt, das sind so Floating Tanks. Dort gibt es Salzwasser und das Wasser ist auf Körpertemperatur, man sieht nichts, man hört nichts so richtig. Und genau, sie macht das öfters. Das kann man machen zur Entspannung, aber es hilft auch gegen Angstzustände oder bei Traumata. Und wir haben uns überlegt, es wäre irgendwie ganz spannend, sie zu interviewen, während sie auf diese innere Reise geht, während sie in diesem Tank liegt. Und das macht sie dann drei Stunden und liegt dort drin. Und ich habe ja dann von außen manchmal so Stichwörter durch die Wand zugerufen oder kurze Fragen und dann haben wir drei Stunden Interviewmaterial am Ende und haben das dann zu einer eigenen kleinen Geschichte zusammengebaut. Die Idee dieses Tanks ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sich quasi auch frei von äußeren Einflüssen zu machen und sich quasi jeglicher Wahrnehmung zu berauben, um quasi in so einen nackten Zustand letztlich zu kommen. Hast du selber mal diesen Tank ausprobiert und dich selber mal reingelegt, um uns mal ein bisschen das Gefühl zu beschreiben, wie sich das anfühlt? Das ist bildlich ja auch schwer zu erklären. Habe ich noch nie, ich bin noch nicht getraut. Du auch nicht? Ich auch noch nicht, würde ich aber gerne mal. Aber du hast gesagt, du traust dich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe schon Respekt davor auf jeden Fall, weil ich meine, man kann natürlich sofort aufhören, aber die Vorstellung, wenn man nichts, also ja, wenn man sich komplett befreit von jeglichen Reizen, finde ich schon ein bisschen, ja, muss man wissen, ob man das will und sich dann darauf einstellen, glaube ich. Ich überlege, also jetzt, habt ihr nun mal einen Film gemacht und jetzt musst du natürlich gucken, wie du das, was da passiert, in eine Bildsprache verwandelst oder übersetzt. und das ist sehr gut gelungen mit wahnsinnig beeindruckenden Bildern und wir gucken uns erstmal einen kleinen Ausschnitt an, um dann auch darüber zu sprechen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. und das ist Das ist so, dass es gut ist. Leon, ich glaube, das musst du uns mal erklären, wie seid ihr an diese wahnsinnig guten Motive gekommen? Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit und uns ist eigentlich Corona da zugute gekommen. Dadurch hat sich der Drehzeitraum nochmal um drei Monate verschoben und wir hatten diese Monate mehr, um an diese Motive zu kommen. Das war bei der Bundeswehr in Königsbrück bei Dresden. Da steht diese Humanzentrifuge, die gibt es auch, soweit ich weiß, in Europa nur einmal. Und da werden Soldatinnen und Soldaten ausgebildet, um diesen Gehkräften ausgesetzt zu werden. Ja, und das war uns ziemlich wichtig für diesen Film, genau diesen Drehort auch zu bekommen und da drehen zu können. Und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Anteil im Film, der eben diese Überleitung dann ins Weltall schafft. Also das ist das, ich kenne das, glaube ich, aus dem alten James-Bond-Film, da kommt so eine Zentrifuge auch vor. Und da gibt es, glaube ich, das sind die Kräfte, die man quasi, wenn du ins All willst oder... Genau, die Gehkräfte sind die Kräfte, die auf den Körper wirken, die Erdanziehungskraft eigentlich. Und wenn wir uns hier befinden, hat man 1G und in dieser Kammer da wirken 9 bis 12G auf einen ein. Und dann ist es so, als ob das neunfache Körpergewicht auf der Lunge wirkt. Und das müssen die dann 15 Sekunden aushalten. Und das ist ja sicher jetzt nicht so easy, dass man da bei der Bundeswehr anruft und sagt, wir sind Filmstudierende, wir kommen mal zu euch mit der Kamera, wir drehen einfach mal in euren heiligen Hallen. Geht doch okay. Also wie kriegt man die Bundeswehr dazu, dass man rein darf? Ich glaube, wir hatten ein bisschen Glück natürlich, wie immer bei sowas. Und aber auch einen sehr guten Mann vor Ort, Thilo Ulbricht, der selber sehr filminteressiert ist und der die Idee spannend fand. Und selber auch Filmaufnahmen hobbymäßig macht und dafür gesorgt hat, dass wir da rein können. Und ich glaube, auch der Name von der Filmakademie, von der Hochschule, wo wir studieren, hat uns dabei auch ein bisschen geholfen. Und genau diese Mischung hat es, glaube ich, am Ende gemacht. Das ist für dich als Regisseur doch ein Jackpot und auch für deinen Kameramann, weil, also das ist ja Eldorado. Wie war das für dich also in den Raum, in diese, es sind ja mehrere Räume, die wir noch sehen werden, da drehen zu können? Hat sich relativ, also es hat so lange gedauert, da reinzukommen und wir haben verschiedene Kämpfe geführt, nicht nur mit der Bundeswehr. Und es musste funktionieren. Also es war, wir waren so lange daran und wir haben immer wieder gesagt, wir brauchen das unbedingt, ohne das funktioniert der Film nicht. Und deswegen war es dann irgendwie so, okay, es war irgendwie klar, dass wir da rein müssen. Und dann war es auch, ja, es hat sich schon fast wie selbstverständlich angefühlt, als wir dann auch da waren. Ganz komisch. Die Bilder, die da entstanden sind, wirklich bombastisch. Das ist, und an dieser Stelle ist vielleicht sogar der Hinweis wichtig, man sollte diesen Film wann immer es geht im Kino sehen, um, ich habe ihn zuerst auf dem Laptop gesehen und da hat er mir erst mal nicht so gefallen, weil er mich nicht erreichen konnte. Man muss sich am Laptop sehr stark auf den Film einlassen, um ihn in seiner vollen Pracht wirklich, glaube ich, zu verstehen und um ihn auch genießen zu können, glaube ich. Ihr habt auch so eine ähnliche Erfahrung, glaube ich, auch bei euren ersten internen Sichtungen gemacht, habt ihr erzählt, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist kein Film für den Laptop, weil man, ja, weil die Bildgewalt und die Soundgewalt extrem wichtig sind bei dem Film. Und deswegen ist ja eigentlich eher was fürs Kino. Aber klar, wenn man die Möglichkeit hat, auf einer guten Anlage zu Hause zu schauen oder auf einem großen Fernseher, sollte das auch funktionieren. Aber jetzt waren wir bei den Bildern und ich finde, die haben so einen eigenen Rhythmus. Also die sind quasi mit einem relativ klassischen Bild, mit einem relativ klassischen Schnitt immer vom Detail eigentlich in die nächstgrößere Einstellungsgröße und das in einem gemächlichen Rhythmus, um da quasi nicht zu schnell zu werden. Was war die Überlegung dahinter, quasi diese Formen zu zeigen? Also wir sehen große Satellitenschüssel, also auch sehr extravagante Formen, die ihr aber immer in klare Bilder gepackt habt und die dann quasi in einem sehr gemächlichen Rhythmus montiert habt. Ich fand es irgendwie die Idee interessant, mir diese Orte vorzunehmen, die, wenn man sie das erste Mal sieht, sehr absurd wirken. Und die Überlegung, dass Menschen das gebaut haben, um damit was zu erreichen, was ich extrem interessant finde. Aber mir das genauer anzugucken und lange anzuschauen und ich finde, das passiert was, wenn man sich Dinge sehr genau und sehr, sehr lange anschaut. Dann ist es was anderes, als wenn man einfach nur daran vorbeifährt mit dem Auto. Das war so die Idee, dann vom Kleinen ins Große zu kommen und das Ganze mit Musik zu untermalen und dadurch halt ein Gefühl dazu zu entwickeln, zu diesen Orten. Das Gefühl, was sich einem direkt ja auch vermittelt, ist irgendwas im Science-Fiction-Bereich. Also manche Bilder haben auch, glaube ich, zumindest war das mein Eindruck und wie gesagt nur auf dem Laptop leider gesehen, mit einer hohen Körnung. Also auch, aber nicht jedes Bild, also einzelne Bilder, so ein bisschen wie eine 70er-Jahre-Andeutung, die so ein bisschen an Zukunftsfantasien und Utopien der 70er irgendwie so erinnert hat. Ja, das war, wir wollten auf Film drehen, wir haben auf 16 Millimeter gedreht und es gibt da so ein Spiel, Metal Gear Solid heißt das, und das hatte ich mir so ein bisschen als Referenz genommen, das ist so in den 90ern oder aus den Nullerjahren. Und da ist es auch mal sehr, sehr grünlich, sehr, sehr körnig gehalten und ich fand das irgendwie interessant, diese, ja, diese, weil diese Dinge wurden irgendwie auch schon in den 70ern, 80ern, 90ern gebaut und ich fand es dann irgendwie auch interessant, so ein bisschen in der Zeit zurückzugehen. Ich bin jetzt, wir sind A in der Zeit sehr vorangeschritten, jetzt muss ich euch aber fragen, wie wir es machen sollen. Wir könnten natürlich in einen Ausschnitt, der sehr weit am Ende ist, den ich sehr bombastisch finde, der sich auch wahrscheinlich im Kino ganz toll erzählt, ist die Frage, ob wir den jetzt zeigen wollen und über die Musik und über das Finale sprechen oder wie gesagt, nee, das überlassen wir lieber den Zuschauern. Und Leon, ich wollte schon sagen, du entscheidest. Ich würde John gerne nochmal reingucken, wenn es geht. Ich auch sehr gerne, dann gucken wir noch in einen Ausschnitt rein, auch wenn wir schon ein bisschen in der Zeit vorangeschritten sind. Ich würde gerne, ich würde gerne, wenn es geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Man hat ja fast das Gefühl, es ist eine Verpflichtung, wenn du einen Film übers Weltall machst, dass du Synthesizer brauchst und dass du so ein bisschen Science Fiction da reinbringen musst. Und es hat ja einen unglaublich erlösenden Effekt, diese letzte Sequenz, wenn man sozusagen im Bereich des Ankommens ist. Aber du hast dann doch nochmal am Ende damit gebrochen. Erklär ganz kurz dein musikalisches Konzept. Du meinst den Übergang? Ja. Mit dem Bruch? Ja. Ich fand es irgendwie interessant, das auszuprobieren. Das wollte ich schon immer mal machen. Also etwas Elektronisches zu etwas Klassischem zu diesen Übergang zu schaffen. Und die eigentliche Idee oder die Idee, die zugrunde liegt, ist, dass wir versucht haben, nochmal so ein Gefühl von Entspannung und wir landen jetzt wieder auf der Erde, dem Zuschauer mitzugeben, dass man nicht einfach nur total verloren ist, sondern, ja, das ist was, also wir wollten dann noch was Schönes erzählen. Und das Gefühl von, manchmal ist man verloren im All, aber hoffentlich landet man dann auch wieder auf sicherem Boden. Das war die Idee. Es überträgt sich, ich habe es wie gesagt, leider wirklich nur, ich muss noch ins Kino gehen, nur auf dem kleinen Bildschirm gesehen. Es überträgt sich. Es war meine Erfahrung. Und das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht, diesen Film zu sehen und fand das eine spannende Erfahrung, wie es euch gelungen ist, ein Gefühl mit den Möglichkeiten, die ihr im Film habt, auf den Zuschauer zu übertragen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Film gemacht habt und dass ihr ihn mitgebracht habt zum Filmfestival Max-Ufels-Preis. Ich wünsche euch viel Erfolg hier. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke, dass wir hier sein können. Und Simin, bei dir geht es weiter mit dem Film Nicht-Nur-Körper, auch aus dem Kurzfilm-Wettbewerb. Genau, Programm 4. Levi will eine Beziehung. Sarah hat Zweifel, ist keine gute Mischung. Meistens geht es auch nicht sonderlich gut aus. Da wird ja immer schnell gesagt, ja, das ist was rein Körperliches hier zwischen uns. Aber wir sind eben nicht nur Körper. Und so heißt auch der Film von Frederik Jäger in der Hauptrolle Jasper Engelhardt. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Jasper, du bist uns zugeschaltet, weil du leider in Quarantäne bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht es gut. Ich habe leider Corona abbekommen, aber ich fühle mich gesundheitlich gut. Timing ist nur sehr schlecht. Das stimmt, wir hätten dich sehr gerne hier gehabt. Ich wäre auch sehr gerne bei euch. Ja, sprechen wir vielleicht erstmal über den Titel. Ist das eine Ansage von dir, Frederik? Es ist eine Möglichkeit, den Film zu lesen. Und es ist ja ein Spiel mit vielen Codes. Also es geht in dem Film darum, wie wir performen, wie wir als Menschen performen, die aus unterschiedlichen Milieus kommen, die aus unterschiedlichen Herkunft stammen und die unterschiedliche Sprachen sprechen und vielleicht auch miteinander nicht immer kommunizieren können. Und um die Projektionen, die wir auf andere Menschen machen. Das war auch der Ausgangspunkt von diesem Film. Die Projektion, meine Projektion auf Jasper. Wir haben uns kennengelernt und ich habe ihm vorgeschlagen, dass ich einen Film für ihn schreibe. Ach, tatsächlich. Und wir haben uns nur anderthalb, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht in einem Café getroffen und ich habe mir dann überlegt, was könnte er für ein Mensch sein und welche Figur könnte ihm etwas geben, eine Entsprechung sein. Und insofern ist es ein Film über das, was ich mir für Jasper ausgemalt habe. Also Levi ist sozusagen das, was du glaubst, wie Jasper sein könnte, bevor du ihn kennengelernt hast. Mit den ersten kleinen, nach der ersten kleinen Begegnung, genau. Genau. Dann müssen wir auf jeden Fall später darüber sprechen, ob sich das bewahrheitet hat. Was genau ist denn, du sagst, es geht um Performance, es geht um Projektion. Was genau ist denn da so ein bisschen die Schwierigkeit zwischen Sarah und Levi, Jasper? Vielleicht kannst du das beantworten. Also ich denke, was dieser Film sehr, sehr spannend macht, ist eigentlich eine Art Umkehr von Geschlechterrollen. Also Sarah ist für Levi, oder wie soll ich sagen? Er schaut zu ihr auf, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Er schaut zu ihr auf und er will irgendwie ganz viel von ihr. Er will von ihr eben zum Beispiel nicht nur Körper, sondern er ist interessiert an ihrem Intellekt, an ihrer Intelligenz, an ihrer Erfahrung und an ihrer auch Reife irgendwie. Und er will Liebe, er will Beziehung von dieser Frau. Und sie ist aber in der cooleren Position, in der Laidback-Position, wo sie guckt, ob es ihr Spaß macht, ob es irgendwie, ja, ihr was bringt. Und sie dann ja auch schlussendlich eigentlich geht, weil sie sagt, ach, das wird mir doch zu kompliziert und zu vertrackt. Und wie das im Alltag, im Alltag der beiden aussieht, das schauen wir uns mal schnell im Ausschnitt an. Das soll am Dienstag in der Schweiz ankommen. Für dich mache ich das gerne, schöne Frau. Mir ist das Latte. Meine Schwester tickt sonst aus. Wollen wir nicht noch irgendwo was trinken? Eine kleine, riemittige Kaschemme oder eine schöne große Brasserie? Als Kino? Leute. Theater? Ausstellung? Für eine schöne Atmosphäre, um sich zu unterhalten. Das können wir doch auch bei dir. Du darfst auch bestimmt, wo es lang geht. Du machst nichts. Oder? Ja, Frederik, Sarah gibt hier ganz klar den Ton an. Ja, so scheint es. Es geht um Asymmetrie und in diesem Machtverhältnis, das ja irgendwie in jeder Beziehung besteht, aber das man auch durchbrechen kann, hat sie erst einmal die Macht, weil Jasper sie ihr gibt. Durch die Art und Weise, wie er sie bewundert, wie er zu ihr aufschaut, wie sie ihn beeindruckt. Und sie gibt ihm dann die Möglichkeit, auch die Macht zu übernehmen, was Levi vielleicht ein bisschen überfordert. Ist Levi ein Toyboy, Jasper? Diese Frage wird ja aufgeworfen im Film. Nein. Er ist natürlich, ich glaube, für Sarah schlussendlich schon. Also, ich glaube, sie nimmt ihn so lange, bis es ihr Spaß macht und dann geht sie aber weiter. Aber für, also, Levi würde sich selbst niemals als Toyboy bezeichnen, auch in dieser Beziehung nicht. Aber er spürt schon, dass diese Asymmetrie, die Frederik gerade erwähnt hat, da ist. Daher kommt auch dieses Unbehagen, was irgendwie die Situation oder auch die Figur irgendwie ausmacht, dieses ständige Unbehagen, was er hat. Weil er spürt, dass, ja, dass irgendwie so viel nicht geklärt ist oder so viel irgendwo auch in Schieflage ist zwischen den beiden. Aber was sucht Sarah denn? Also bei Levi, aber auch zum Beispiel in der WG von Levi, wo sie sich ja offenbar wohl zu fühlen scheint. Tja, was sucht Sarah? Jugendlichkeit vielleicht? Ich glaube, dass es ein Film auch darüber ist, wie sie nach und nach erlebt, welche Distanz sie eigentlich aufbaut zu den Menschen, die sie umgeben. Und es ist insofern für Sarah, glaube ich, der tragischere Film als für Levi. Spielt ja der Altersunterschied für Sie auch eine Rolle? Ja, also genau, diese Asymmetrien finden auf vielen Ebenen statt und unter anderem in dem Altersunterschied. Und insofern müsste Levi angesichts seines Alters bestimmte Dinge ihr geben, die er aber vielleicht gar nicht so gibt, weil er ja ganz woanders hin will. Du sagst, er kann da die Führung übernehmen, er soll eine Ansage machen. Ich habe mich gefragt, was für eine sollte er denn machen, damit sie bleibt? Oder damit sie sozusagen nicht nur ihren Körper gibt, sondern auch ihr Herz? Tja, ich habe die Antwort nicht darauf. Ja, schade. Viele sitzen jetzt gebannt am Bildschirm und sagen, ja was denn? Aber warum hast du dich entschieden, einen Film zu machen über solche Projektionen? Ja, also mich interessieren unter anderem die Codes, mit denen wir irgendwie in die Gesellschaft treten und irgendwie die, was wir repräsentieren, die Distinktionen, die wir irgendwie durch unsere Kleidung, durch unser Benehmen, durch die Art und Weise, wie wir sprechen. Also diese ganzen Stereotypen, die wir mitverkörpern, an die wir uns andocken. Und gleichzeitig interessiert mich auch das Verhältnis von Körperlichkeit und Intimität. Und natürlich spielt das ja ganz stark mit rein, wo sich diese unterschiedlichen Dinge kreuzen. Wir sehen sehr viel Körperlichkeit in deinem Film, in eurem Film, wo man sich auch immer fragt, ja, wieso können die beiden das so machen, wenn eine Person nicht verliebt ist? Aber tatsächlich passiert das ja so oft. Ja, es ist ein Film auch, der eben danach fragt, wie diese Rollen, die wir annehmen, zu lesen sind in der Gesellschaft. Und insofern würde ich auch sagen, dass es ein queerer Film ist. Ein Film, der die Emotionen, die zwischen zwei Menschen stattfinden, nicht einfach als solche akzeptiert, sondern diese Geschlechterrollen infrage stellt. Ja, der Mitbewohner von Levi, der hat die Sache ganz gut durchschaut, hilft aber nichts, wie wir im nächsten Ausschnitt sehen. Warum können Männer wie du nicht hetero sein? Levi ist hetero. Du weißt, was ich meine. Du hättest gerne einen Typen, der so entspannt ist, wie jemand, der dich nicht begehrt, der dich aber trotzdem begehrt. Sagst du es ihm? Ach, Liebes, kein Zustand, kein Gefühl, kein Verlangen, sondern ein Austausch, unausgeglichen, voller Geschichte, mit Gespenstern, mit Sehnsichten, die mehr oder weniger lesbar sind. Du hieß Butler. Ich hab noch viel zu lernen. Ich geh. Hm. Ich geh wirklich. Okay. Sehen wir uns die Woche noch? Ich geh Zigaretten holen. Ich geh Zigaretten holen. Jesper, dass er gar nicht mitkriegt, dass Sarah hier Schluss macht. Selbst mit dem Code, ich geh mal kurz Zigaretten holen. Ja. 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 Und direkt ist sie weg. Erstmal Hut ab. Ich hab gerade während der Ausschnitt lief nochmal gefragt, du hast wirklich einen Kopfstand gemacht, meine Herren. Und nirgendwo aufgehangen oder sonst wie. Jesper kann alles. Jesper kann wirklich alles. Und auch, das habe ich gerade zu dir gesagt, diesen Satz, den der Mitbewohner da zu Sarah sagt, den finde ich einfach großartig. Weil man sich ja auch immer wieder fragt, ja warum gibt es das denn nicht? Warum kann man denn nicht sozusagen so entspannt an so eine Sache rangehen? Aber darauf gibt es keine Antwort, oder? Naja, es hat was glaube ich damit zu tun, dass sie Intimität letztlich nicht zulassen will. Sie will jemanden, der keine Intimität will und gleichzeitig aber alles begehrend performt. Genau. Und das ist genau das, was es nicht gibt. Also das schließt sich gegenseitig aus, fürchte ich. Ja, ein Paradox. Ich denke, dass es auch eine Art alte Vorstellung irgendwo ist, dass man dieses sexuelle Paket zum Beispiel haben kann ohne Liebe, würde ich sagen. Also ich denke, dass da Levi in dem Butler-Zitat eigentlich die Antwort findet irgendwie. Zu sagen, dieser Austausch, der muss da sein für das, also was sich Levi jedenfalls vorstellt. Und ich glaube, dafür ist Sarah einfach an dem Punkt nicht bereit. Sie möchte da etwas anderes. Ich glaube aber, das liegt stark daran, dass sie ein altes Bild irgendwie von Männlichkeit halt auch hat. Während Levi im nächsten Satz dann eigentlich seine größte Stärke beschreibt. Und zwar, ich habe noch viel zu lernen. Also er ist ein junger Mann, der aber bereit ist, sein Rollenbild zu hinterfragen, Butler zu lesen, sein Gender zu hinterfragen und viel zu lernen. Und ich glaube, das geht mit Unbehagen einher, das geht mit Abhängigkeiten einher, das geht mit Missverständnissen einher. Aber kann dann schon die Basis sein für eine wirkliche Verbindung, die dann auch diese Lust oder Sexualität, die sich Sarah vielleicht wünscht, ja, auch ermöglicht. Spannend, das auf jeden Fall auf der Leinwand zu sehen. Jetzt am Ende natürlich nochmal die Frage, wenn Frederik ein Jasper in Levi reingeschrieben hat nach den ersten Augenblicken, die er dich kennengelernt hat, hat er dich da gut getroffen oder nicht? Also teils, teils, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, also als Mann in einem Übergang zu sein, wo man alte Rollenbilder, die man so vorgelegt bekommt, sein Leben lang in allen Filmen, anfängt zu hinterfragen. Und man merkt, dass, wenn man sozusagen versucht, so eine Form von Männlichkeit zu performen, dass man sich damit eigentlich unwohl fühlt, dass man spürt, da ist ein Unbehagen, wenn ich so eine Art von Männlichkeit versuche zu leben. Und dieser Satz, ich habe noch viel zu lernen und sich dem Thema zu öffnen und zu schauen, wie kann man eine Beziehung suchen, die so individuell ist und vielleicht so auch irgendwann durch, meiner Meinung nach, Gespräche und Literaturlektüre so weit irgendwann individualisiert wird, dass es auch weggehen kann von den klassischen Rollen und Schlechterbildern und auch Beziehungskonstrukten. Da hat er mich auf jeden Fall sehr gut getroffen. Ich glaube aber, dass ich auch wiederum nicht Levi bin, sondern Levi eine super spannende Rolle für mich war, in dem Moment zu spielen. Vielleicht gibt es ja jetzt, nachdem ihr euch besser kennengelernt habt, den zweiten Teil, wo du sozusagen Levi noch mehr anpasst an Jasper. Ja, Jasper ist sehr viel selbstbewusster als Levi das ist und ich glaube, das ist genau das Spannende, mit ihm daran zu arbeiten. Also er hat mir großen Spaß gemacht, irgendwie mit Jasper herauszuarbeiten, wie man diese Unsicherheit, also wie man diese Fragilität herstellt, weil das ist irgendwie das, was Schauspielkunst ausmacht. Also an Orten hinzugehen, wo man nicht mehr sicher ist, wo man nicht mehr alles kontrollieren kann. Und das hat Jasper in der Figur von Levi gemacht. Ja, sehr gut gespielt von dir, Jasper. Würde ich auch nochmal hier kurz loswerden. Frederik, vielen Dank für deinen Kurzfilm. Nicht nur Körper ist zu sehen bei uns im Kurzfilmwettbewerb im Programm Nummer 4. Und wenn ich hier rüber schaue, dann hat Urs Sonja dort, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Nein, so ist das. Denn wir machen das ja immer mal wieder, dass wir uns auch gegenseitig vorstellend näher kennenlernen wollen. Das ist jetzt im zweiten Jahr bei uns schon ganz okay, würde ich sagen. Aber für Sie, liebes Publikum, wollen wir das natürlich nochmal machen. Sonja Marx sitzt mir gegenüber. Und im Saarland müsste ich dich nicht vorstellen. Ja, sagen wir mal so, weltbekannt im Saarland. Ne, es ist also so ab einer bestimmten Altersgruppe, ja, kennen viele mich so. Du bist eines der Gesichter quasi des Flaggschiffs des saarländischen Rundfunks, nämlich der aktuelle Bericht. Also du bist eine der wichtigen Nachrichtenfrauen, kann man so sagen, was hier so passiert. Wenn du das sagst. Ja, doch, definitiv. Und ja, wie fühlt sich das an? Also wirst du erkannt auf der Straße? Seit wir so viel mit Masken rumlaufen und so, irgendwie werde ich seltener angesprochen, sagen wir mal so. Also die Leute sind dann auch ein bisschen distanzierter. Und das ist eigentlich schade. Also das passiert schon oft, dass sich so angesprochen wird. Aber wie gesagt, seit die Pandemie da ist, ist da auch da die Distanz so ein bisschen eingekehrt. Und auch da bin ich froh, wenn man dann einfach mal so den Plausch, den Spontanen auf der Straße haben kann. Weil das ist immer mal wieder schön. Wir senden ja immer in dieses Kameraloch rein, auch hier jetzt so. Und wenn man die Leute mal trifft, für die man das macht. Ja. Und ich meine, jetzt sind wir hier. Festivalfunk, das ist eine ganz andere Studiokulisse. Auch eine andere Art des Talkings. Ist das dann was, wo du dich erst reinfuchsen musst? Oder sagst du, ja, das ist so eine Woche, da schwimme ich drin? Ja, absolut. Absolut. Also ich mag das sehr. Wir haben ja schon unsere Zeitvorgaben. Aber das ist ein bisschen dehnbarer. Und vor allen Dingen sind das ja, also bei uns im aktuellen Bericht, da habe ich ein Interview. Das dauert 3,30. In seltenen Fällen ist es mal länger. Und ich merke immer wieder, dass mir so die lange Form auch ganz gut liegt. Also wenn man so richtig mit Leuten in den Flow kommt und auch mal eine Frage mehr stellen kann und auch mal nachhaken kann, noch mal ein bisschen mehr. Das macht schon richtig Spaß. Dazu passt ja dann auch ganz gut, dass du jetzt auch früh aufstehen musst wieder, weil du im Hörfunk, in der Prime Time jetzt auch, eben ein solches Format hast, wo du auch mal wieder längere Gespräche hast. Wo ich ein bisschen länger bin. Ich bin auf SR2 Kulturradio, mache ich zusammen mit anderen KollegInnen die Frühsendung. Und das ist wirklich schön, weil man da mal ein bisschen mehr Zeit hat und auch zwischendurch einfach mal ein bisschen was erzählen kann, so von sich. Und das ist ein ganz anderes Format als eben das Fernsehen, was sehr, sehr getaktet ist. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und da geht es sogar um Film, hast du gesagt. Auch, auch. Wir haben, also das ist halt so eine Magazinsendung, ein frühmorgentliches Magazin, wo es um Politik, um Gesellschaftsfragen, um was Aktuelles geht, aber auch um Film. Wir haben also immer Donnerstags haben wir unseren Filmtipp und zwischendurch so Sachen wie Cannes zum Beispiel. Da berichten wir auch ganz viel drüber. Und das ist natürlich klasse. Da kriege ich immer alles mit. Ja, das heißt, du sitzt an der Quelle. Und ja, ist das was anderes, dann solche Gespräche für den Hörfunk zu führen? Für alle, die das gar nicht nachvollziehen können. Also das ist ja eine ganz andere Art des Redens. Wir aus der Praxis wissen das. Musst du da auch die Gäste irgendwie briefen anders, als wenn du es jetzt hier vor Ort hast? Hm, nö. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es geht immer darum, dass man, gerade hier ist es insofern schon ein bisschen anders, weil da ganz viele junge Leute sind, die noch nie ein Interview gegeben haben zum Teil. Also denen nimmt man einfach so ein bisschen die Scheu und erklärt, so und so läuft es ab. Aber das mache ich auch im Fernsehen zum Beispiel auch oft, wenn Leute das dann noch nicht so routiniert sind, dass ich denen zumindest mal die erste Frage sage. Also damit steigen wir ein und dann sind die schon mal so ein bisschen entspannter. Dann können sie sich schon mal gedanklich vorbereiten. Und ansonsten mag ich das auch immer, ich sage immer, im Zweifelsfall nichts mehr sagen. Ich frage dann. Ich hole sie ab. Sehr gut. Und entspannt warst du auch vorhin, als das Gespräch einfach mal auf Englisch hier war. Du bist fließend. Ja, ich hoffe, dass das so rübergekommen ist. Es klang sehr gut, fand ich. Ja, also Englisch ist meine Sprache, das mag ich gern und das, ja, also habe ich auch studiert. Englisch und Holländisch, genau, genau. Holländisch ist so meine Herzenssprache, das spreche ich nur leider nicht so oft. Ich warte immer noch auf den niederländischen Filmemacher, aber ja. Weil du vom Niederrhein kommst und das nicht mehr weg war. Genau, genau, genau. Obwohl da verstehen, dass die Leute haben da wenig Verständnis. Dafür, dass ich Niederländisch studiert habe, weil die sagen, Halskrankheit. Und je weiter man von der Grenze wegkommt, desto eher sagen, ach, das ist aber interessant. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht? Und da oben wird das nicht so gewertschätzt. Jetzt muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja auch Vorbereitungstreffen gehabt, online natürlich. Und da warst du einmal aus einem Elvis-Persley-Raum zugeschaltet. Jetzt musst du mir noch mal oder uns erklären, welche Rolle spielt Elvis in deinem Film? Ja, Elvis ist in mein Leben getreten in Form meines Mannes, der ein wahnsinnig großer Fan und Kenner ist. Also wenn du mal irgendwelche Fragen zu Elvis hast, er weiß es. Er weiß die Antwort. Und aus seinem quasi Arbeitszimmer oder Elvis-Zimmer habe ich mich dann euch zugeschaltet. Also insofern spielt Elvis auch in meinem Leben jetzt eine große Rolle, ja. Elvis war ja auch ein großer Filmstar, was die wenigsten noch so verschirmen. Ja, ganz viele Filme. Autofahrerfilme, Autorennfahrerfilme. Und Hawaii-Filme und Western hat er auch gemacht. Also Elvis kann alles, hat auch alles erfunden, wenn man meinem Mann glaubt, ja. Okay. Was denn so zum Beispiel? Alles, alles. Ja, 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 ja. Also den Rock'n'Roll natürlich sowieso, aber auch, was weiß ich, den Flaschenöffner und natürlich Rennautos. Das Internetfernsehen haben aber wir erfunden. Ja, das haben wir, ja. Also das war ja Nachkrieg seiner Zeit, obwohl manche behaupten, er lebt noch. So weit würde jetzt, glaube ich, bei uns zu Hause keiner gehen. Sehr gut. Ich finde es auch spannend, vorhin Olli Hottung, der zugeschaltet war, leider in Quarantäne, mit dem hast du auch ja schon mal den Kulturspiegel quasi. Ja, oh, lang ist her. Das heißt, auch da war die Kultur schon ein Teil deines Lebens. Ja, ja, ja. Also ich bin ja mehr so ein, also die ganz Hochkultur und die ganz schrägen Sachen, da stehe ich immer staunend, sagen wir mal so. Was ist dein Ding? Bitte? Was ist denn mehr dein Ding? Ja, ich mag, also zum Beispiel beim Film mag ich wirklich gerne Geschichten, die irgendwie gut erzählt sind und nicht zu sehr abgedreht werden. Ich mag durchaus auch mal so was Experimentelles, also das Melancholische Mädchen zum Beispiel fand ich ganz toll, obwohl das eigentlich nicht so straight erzählt war und so jenseits von allen Boxes, die man so kennt. Aber grundsätzlich mag ich es einfach, wenn Geschichten gut erzählt sind. Und das kann für mich auch rein ganz konventionell sein, solange die Story trägt. Also das ist so meins, ja. Erinnerst du dich an dein erstes Kinoerlebnis vielleicht noch? Ja, also ich bin schon wirklich früh ins Kino gegangen, als wirklich Schulkind oder vielleicht noch früher, da ist die Oma mit mir ins Kino gegangen und dann waren das so Märchenfilme, also diese Märchenfilme und die Oma saß dann neben mir und sagte, oh, ist das alles so groß, ist das alles so groß? Und sie war halt so Fernsehen, der Kasten und war auch schon ewig nicht über dem Kino gewesen und ich fand das alles sensationell. Ich bin also wirklich wahnsinnig viel ins Kino gegangen, auch also immer, immer schon. Also von klein auf in Kleve, in meiner Heimatstadt am Niederrhein, da ist jetzt ein H&M in dem Kino, in dem Alten. Und das hat mir das Herz gebrochen, echt, also das fand ich ganz schlimm. Es gibt jetzt da so ein Cineplex, alles gut, also man kann schon noch Filme gucken, aber dieses Kino, das war echt toll, so richtig mit roten Vorhängen und rotem Teppich und ach. Und gab es einen Film, wo du sagtest, ja, in diese Richtung will ich irgendwann mal gehen, wo du sagst, ja, der ist dir hängen geblieben? Als Erinnerung. Kann ich nicht wirklich sagen. Okay. Weil es ist so vieles und so unterschiedlich, was man geguckt hat. Also als die Kinder kamen, wurde dann ganz viel Zeichentrickfilme gekauft. Aber auch da gibt es tolle Sachen. Zwei Kinder haben wir, die sind jetzt so im Teenie-Alter und die gucken auch wahnsinnig viele Filme. Also die sind sehr gut sozialisiert. Die haben also schon ein breites, die haben auch ab und zu, gucken Sie mal ein Office-Film. Ich war zum Beispiel, letztes Jahr war ja dieser Dokumentarfilm, oh meine Güte, mein Lieblings-Dokumentarfilm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall wurde der dann später nochmal im Kino gezeigt, da war ich auch mit unserer Tochter drin, da ging es eben auch um junge Leute, die sich engagieren, unter anderem auch für die Umwelt und für einen politischen Wechsel. Und da ist sie schon total interessiert, die ist jetzt 16 und das ist schon klasse. Also die hat da einen großen Draht zu. Cool, jetzt sind wir hier, fast schon gegen Ende, sage ich mal. Und wir haben ganz viele Schauspieler hier, Schauspielerinnen, die wir interviewen, zu Gast haben und mir wurde geflüstert, das war auch mal dein Traum. Ja. Schauspielschule? Ja, ich war Lady Macbeth bei uns, unter anderem bei einem sehr engagierten Lehrer, der uns da viel beigebracht hat an der Theater AG und habe mit ihm auch Rollen vorbereitet, tatsächlich für ein Vorsprechen. Ich wollte interessanterweise nie besonders irgendwie vorne vor der Kamera oder auf der Bühne oder so. Was ich immer wollte, ist Synchronsprecherin. Also mit der Stimme arbeiten, das hat mich immer schon sehr, nicht nur. Oder berühmte Schauspieler. Genau, Julia Roberts synchronisieren oder so. Also das fand ich immer total faszinierend, das hätte ich wirklich gerne mal gemacht. Wenn also nochmal jemand irgendwie so einen Job für mich haben würde, ich würde das wirklich gerne, immer noch gerne machen. Ja, total. Das wäre vereinbar auch mit den ganzen anderen? Och, das kriegen wir bestimmt unter. Oder so Hörbücher sprechen, das ist auch sensationell. Was würde dich da dran reizen? Also dann wärst du ja nicht zu sehen, sondern es ist nur deine Stimme. Ja, also ich mag das, ich mag das wahnsinnig gern mit der Stimme zu arbeiten und da auch irgendwie Sachen zu entwickeln. Ich spreche ab und zu mal so Dokumentarfilme, da mache ich so den Kommentartext oder manchmal synchronisiere ich auch Leute, die in fremden Zungen reden, dann auf Deutsch. Und da kann man so ein bisschen was noch reingeben. Und da denke ich manchmal, hm, wäre auch schön gewesen. Okay. Und die Entscheidung dann zum Sender zu gehen, kam die auch aus? Ja, ich wollte dann, also ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir immer vorstellen, im Journalismus auch die kleinsten Nummern zu machen. Also in der Lokalzeitung zum Kaninchenzüchterverein zu gehen und da was drüber zu schreiben, konnte ich mir immer gut vorstellen. Und da habe ich gedacht, wenn du da, während ich mir so auf so einer ganz kleinen Provinzbühne, hm, weiß ich nicht, ob ich da Spaß dran gehabt hätte, da habe ich gedacht, naja, ist vielleicht Journalismus doch das Bessere für dich. Okay. Und jetzt bist du Berichterstatterin beim Max Offelspreis in einer Weise so mitten im Herzen des Ganzen. Ich muss die Frage stellen, was bedeutet dir das Festival? Ach ja, ich bin da schon so lange. Ich mache das schon so lange erst als Reporterin. Und dann eben durfte ich hier die Mitternachtstalks machen und irgendwie, man macht das ja dann so einmal im Jahr und ist dann auch so reportermäßig, ist es so ein bisschen auch Routine. Aber wenn es dann losgeht und wenn es dann anfängt, wenn man drin ist, es ist einfach mit nichts zu vergleichen. Das ist echt immer so das Highlight des Jahres direkt schon am Anfang des Jahres. Das klingt großartig, ich würde sagen, da stoßen wir doch mal mit dem Rotwein an. Der gute Rote. Einmal und gehen rüber. Danke dir für das Gespräch zu unseren beiden KollegInnen, die nochmal die Haare richten. Ja. Sehr gut. Warte, ich gucke mal eben gerade von hinten. Heiko, kannst du mal bitte näher an meine Haare ran, ob die auch sitzen? Ah ja. Ja, aber immer, immer liebe Frau. Wieso hast du denn jetzt Weißwein und wir rot? Ich wollte irgendwie bei Weiß bleiben und nicht so mixen wie gestern, da habe ich noch einen leichten Schädel heute noch von gestern, weil ich 30 verschiedene Alkoholika durcheinander getrunken habe. Das war aber nicht mehr nur hier bei uns, habe ich gehört. Nee, ich habe zu Hause dann auch noch mir noch einen Schnaps gegönnt. Aber habt ihr jetzt von Sonja noch irgendwas erfahren, was ihr noch nicht wusstet oder war das alles bekannt? Du hast mir ganz schön was entlockt hier. Also das war nicht alles bekannt. Also das Elvis-Zimmer, das ist kein Geheimnis, das ist im Saarländischen Rundfunk bestens bekannt. Mein Mann arbeitet auch da. Ein geschätzter Kollege. Vor allem, weil er dann auch immer wieder erzählt, wenn er von irgendwelchen Flohmärkten kommt, dann sagt er so, oh, ich habe ganz viele neue Elvis-Platten und dann sage ich immer, hast du nicht schon alle? Und dann sagt er so, nee, aber die so und so viel Depressung in der und der Auflage, da habe ich bisher nur vier von. Da gibt es auch nur zehn von mir. Ja, genau. Großartig. Ja, wie war euer Tag, sage ich mal wieder, Karl? Hast du... Sehr gut, sehr gut, wirklich. Also supergute Gespräche und ich mag es sehr gerne, wenn Interviews wirklich so laufen, dass man nochmal was Neues erfährt. Wir befassen uns ja wirklich sehr intensiv mit den Filmen. Mehr, glaube ich, als die Zuschauerinnen und Zuschauer das sonst tun. Und wenn du dann quasi nach deinem eigenen Schaffens-Befassensprozess nochmal mehr erfährst, weil du die Filmschaffenden hier irgendwie im Interview hast, dann ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl und das hat mir heute, das war in den letzten Tagen häufig so, aber das war heute bei beiden Talks so und hat mir eine sehr große Freude gemacht. Also toller Tag, kann man nicht anders sagen. Ich kann das nur bestätigen, vor allem beim letzten Talk gerade habe ich den Film auch nochmal ganz anders verstanden. Also ich habe mir den angeguckt und ich habe gedacht, okay, ich verstehe das Thema, ich finde den gut, aber jetzt nochmal total tief eingestiegen, sodass ich einfach auch gar nicht mehr auf meine Fragen dann geguckt habe, sondern gedacht habe, ach ja, und dann einfach aus Neugierde weitergefragt habe. Das Ding ist, die Filme sind glaube ich nicht, die werden nicht fertig dadurch, weil du halt im Grunde genommen immer wieder diese Filme dir vornehmen müsstest, gerade bei Ghost Island, das ist, da steckt so irrsinnig viel drin, den müsste man eigentlich jetzt, der müsste ins Kino kommen und dann geht dann jeden Tag einmal rein, um wirklich alles verstehen zu können, wo es da geht. Und dann drüber reden, das ist entscheidend. Und dann nochmal drüber reden, genau. Und das ist halt beim Festival. Ja, das ist schwierig. Wie war es bei dir, Sonja? Also ich hatte heute wieder so ein Erlebnis, dass man einfach auch so wahnsinnig nette Menschen trifft. Ich hatte heute die Geschwister Robin und Sarah Sommer, die einfach so hinreißende Leute waren. Also der Film ist schon ein süßes, kleines Ding, irgendwie so ein Kleinod, so ein Märchen. Und die beiden haben auch so nett erzählt und es war also wirklich einfach toll, was man auch für tolle Leute hier kennenlernt. Also kann ich mich nur anschließen, Aram Tafrescian nominiert. Ich habe das gesehen. Superspannend, ja. Alles schon gemacht hat, das ist unfassbar. Und jetzt ist er schon Dozent in jungen Jahren und für Regie und war bei Serien dabei und Theater. Und ja, also das ist einfach beeindruckend, dass es solche Leute gibt. Ich glaube, davon lebt der Max-Aufels-Preis. Richtig. Morgen geht es ja auch nochmal weiter mit dem Film, den er hier hat. Und der zweiten Nominierten aus diesem Film. Jawohl, da werden wir uns dann wieder die Bälle zuspielen. Morgen, da darf man sich auch schon mal freuen, dann wird Simien befragt. Also falls Sie schon mal vormerken möchten. Reichen Sie gerne Ihre Fragen an. Genau. An mich bitte. Sie dürfen auch fies sein. Genau, aber das kriegen wir alles hin, liebe Simien. Ach, da musst du dich nicht verstehen. Ich würde sagen, das stoßen wir lieber nochmal an. Es war schön mit euch. Ein schöner Festivalsonntag. Gehen wir in die Endphase, Freunde. Ja. Lieben Gruß nach Hause, bis morgen, 19.30 Uhr geht's weiter. Ja. Gehen wir in die Endphase, bis morgen, 19.30 Uhr geht's weiter.